So, liebe Freunde, guten Morgen wünsche ich euch. Was machen wir Schönes für... an? Äh, was machen wir Schönes für Musik an? Äh, ich hab eine Idee. Hehe, das machen wir an. Moment. So, Freunde, wir fangen an. Wir machen unser kleines Spielchen weiter. Und wir hüpfen sofort rein, denn wir hatten letztes Mal eine ziemlich coole Idee. So, und zwar war letztes Mal die Idee, die gesagt wurde im Chat, dass wir ein... Nee, es war im Discord. Kommt einfach in den Discord rein, unter Medienteilen. Und hier war eine Idee, dass wir einen Job machen namens Musiker, der 600 Euro Gehalt bekommt und durch Konzerte kann er Geld verdienen. Aber, bevor wir das nehmen, äh, bauen wir ganz kurz nochmal was anderes ein. Denn wir haben ja aktuell unsere Jobanzeige und, ähm, da wollen wir jetzt einbauen, welche Jobs zur Verfügung stehen. Sprich, äh, hier haben wir ja letztes Mal ein Interface geschrieben, was quasi überprüfen soll, welchen Job wir wie kalkulieren, Freunde. Und der soll uns jetzt auch aber geben, welche Jobs wir anzeigen sollen. Äh, und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ah, doch, ich weiß, dass wir das machen wollen. Das heißt, wir nehmen hier, ähm, eine List von iJobs. Äh, und das nennen wir, äh, oh, wie nennen wir das? Oh, Namen, ich hasse Namen, oh. Das nennen wir, es sollen quasi die Jobs sein, die angezeigt werden können. Das sind Select, äh, auswählbare Jobs. Sowas in der, gib mir alle auswähl, auswählbaren Jobs. Das heißt, äh, Selectable Jobs. Klingt doch ganz okay. Nicht perfekt, aber okay. Das heißt, wir gehen hier rein und wir, äh, haben hier eine Liste und wir wollen aber noch mehr haben, denn wir wollen als Übergangswert eine Liste von iJobs haben. Äh, und das sind All Jobs. So, Freunde, jetzt kommen wir hier in den Fehler. Komm, gib mir den Fehler, Baby. Ist schön. Und dann können wir es einfügen. So, das bauen wir auch jetzt sofort ein, denn wir wollen jetzt hier zurückreturnen, welche Jobs selectable sind und welche nicht. Das heißt, wir haben hier eine Liste, wo wir alle Jobs hinbekommen und wir sollen eine Liste zurückergeben, die nur alle Jobs. Momentan returnen wir einfach All Jobs zurück. Das machen wir später noch, dass wir hier die Logik einbauen, um zu erkennen, womit wir überhaupt arbeiten können. So, dann gehen wir jetzt in unseren Calculator rein und jetzt sind wir quasi hier drin. Das heißt, ich überlege gerade, wie wollen wir das aufziehen? Auf jeden Fall bauen wir hier ein Event rein, Public Generic Event und das nennen wir, ähm, Selectable Jobs, Arcs. Ähm, Jobs Arcs und das nennen wir Selectable Jobs Event. Und das ist quasi ein Event, was aufgerufen wird, wenn wir, äh, Changed, das müssen wir noch, Selectable Jobs Changed Event. Genau, die Idee dahinter ist, dass es das Event ist, das wird aufgerufen, ähm, damit wir dann, das braucht Public List, iJob, Selectable Jobs. So, daraus brauchen wir noch Konstruktor, denn die Idee dahinter ist, dass wir den quasi aufrufen, ähm, also den, das Event aufrufen, wenn wir wissen, welche Jobs Selectable sind und wenn sich das verändert hat. Das heißt, das heißt ja, Changed Event, das bedeutet, das hat sich verändert. Ähm, genau, und das machen wir einfach mal eine Private Methode. Private Point Selectable Job. Und dann machen wir einfach nur Invoke Event. Und jetzt möchte der ja ein, äh, var new Selectable Jobs. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Und das nennen wir gleich, ähm, den Calculator. Und dann, äh, Selectable Jobs. Die bekommen wir quasi hier. Da möchten wir, müssen wir jetzt noch übergeben unsere gesamten Jobs, die wir haben. Das heißt, hier übergeben wir den Job. Und dann invoken wir das Event. Weil ich möchte halt die Logik trennen, ähm, von, ähm, von, warum ist denn hier new? New Selectable Job Args. Das hier muss ich reingehen. So, weil die Idee ist, Freunde, wir wollen die Logik trennen von der GUI. Das ist unser Hauptziel. Und deswegen muss die Logik entscheiden, welche Jobs Selectable sind und nicht unsere GUI. Weil aktuell entscheidet unsere GUI, welche, welche Jobs er nimmt oder nicht. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Hier. Jobhändler, Jobchanged, Jobchanged. Genau, hier linken wir das mal ein. Jobhändler. Punkt Job. Selectable Jobs. Nee, Jobhändler. Achso, ich habe es klein geschrieben. Jobhändler. Punkt. Event. Da haben wir unser Event. Und das ist das Event, was wir gerade eingebaut haben. Add Event Lister. Und dann nennen wir es Selectable Job Changed Listener. Und das ist das, worauf wir hören. Das heißt uns, sagt uns quasi an. Hey, hört mal zu. Es wurde was verändert. Und, äh, wenn was verändert wurde, können wir jetzt in der GUI sagen, alles klar. Was wurde denn verändert? Und jetzt können wir uns die Daten alle holen und können das quasi dementsprechend, seht ihr das hier, hier holen wir uns die Daten von allen Jobs, aber die brauchen wir gar nicht, weil wir brauchen nur selektierbare Jobs. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, get selectable, da machen wir eine neue Methode und die nennen wir Public Void Get Selectable Jobs und da returnen wir quasi das, was wir das gleiche auch tun im Event. Und zwar das hier, Freunde. So. Und da geben wir eine Liste von iJobs. Also, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, könnt ihr sehr, sehr gerne fragen. Ich zeige euch gleich genau, was wir machen. Ich bin gerade noch ein bisschen tiefer drin im Code, aber wir sind gleich wieder draußen aus dem Code. Aber es ist eigentlich geil, im Code zu sein. Ich liebe es, im Code zu sein. Der Code ist schön. Also, ich finde ihn schön, momentan. Okay, wir sind hier drin, wir Listener und jetzt holen wir uns alle Jobs quasi. So, wo referenzieren wir da drauf? Komm, bitte nicht zu viel. Das ist hier, dass ich die Liste. Okay, 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 muss doch ein bisschen tiefer gerepaktiert werden. Instantiate Jobs, Pop-Up Listener. Ah, okay, da mache ich die Instantiate Jobs. Jobs. Okay, dann können wir das erstmal löschen. Denn das macht absolut gar keinen Sinn, weil wir da eh schon eine globale Variable haben. Okay, 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 ein bisschen komplizierter jetzt gerade. So, wir sind jetzt hier drin. Was tun wir? Was passiert hier? Das ist das Window, was bald unsere Jobs anzeigt. Zeige ich euch gleich nochmal in Ruhe, für die, die es nicht kennen. So, ich gehe jetzt hier rein. Ich hole mir erstmal meinen Händler. Meinen Händler sage ich, alles klar, ich klinge mich jetzt in allen Events ein. Dann hole ich meine Instanten und öffne Open Window. Open Window sagt, alles klar, hör mal zu. Du holst dir alle Jobs und da ändern wir jetzt mal Get Current Job. Und das returnt doch auch Get Current Job. Nee, Quatsch. Nee, sorry. Get Selectable Jobs. So, da holen wir uns jetzt alle Jobs, die selektierbar sind, die unsere Logik davor getrennt hat, also gefiltert hat. Weil hier ist eine Filterung schon passiert und die passiert nicht mehr hier. Dann instanziieren wir alle diese Jobs. Job Change Listener. Das müssen wir noch hier entschreiben. To do Loca. Das gehen wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen an. Dann müssen wir die ganzen Loca Dinge alle durchsuchen. Job Change. Job Change Failed Listener. Job Selected Listener. Job Selected Listener. Ah ja, okay, okay, okay. Das heißt, ich habe hier einen Eindklick. So, jetzt bin ich hier drin. Dann kommen wir erstmal hier. Müssen wir auf jeden Fall nochmal Refact an. Aktuell funktioniert jetzt alles wieder. Dann zeige ich euch mal, was wir haben, Freunde. So, ich glaube, es müsste alles funktionieren. Ich glaube, wir haben es jetzt auch gefixt. Gucken wir mal, ob es geht. Ja, ich klicke drauf. Dein alter Job, arbeitslos, bist du endlich los. Dein neuer Jobbestatter wird besser. Jetzt gehe ich raus. Jetzt gehe ich wieder rein. Er müsste eigentlich alle drei. Da stimmt was noch nicht. Ich remove halt das hier. Ich setze es aber nicht neu. Und ich setze es immer neu. Select Private Void Selectable Jobs hier. Das rufe ich halt nie auf, Freunde. Ich rufe halt nie auf. Dann kann auch nichts passieren. Ich change schon meinen Job. Und dann rufe ich die Logik halt auf Selectable Jobs. Das heißt, ich habe meinen Job gechanged. Da wird ein Event gerufen. Und danach wird ein Event gerufen. Und alles klar, das sind jetzt alle möglichen Bufe. Das müsste theoretisch jetzt funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt reingehe und auf Jobs klicke oder einen Job annehme, genau, dann verschwinden die nicht mehr. Jetzt ist er verschwunden. Jetzt gehe ich wieder rein. Und es funktioniert immer noch nicht. Okay. Wir bauen noch mal ein paar Dummy Jobs ein. Da gehen wir hier rein. Und was gibt es denn? Musiker wollten wir auf jeden Fall machen. Musiker. Sozialarbeiter. So was nennen wir jetzt mal. Musiker. Nee, du bist ja Sozialarbeiter. Sozialarbeiter. Oder Rin. Und du bist der Musiker oder Musikerin. Du kriegst 600 Euro. Du hast gar keine Requirements. Das ändern wir später aber noch. Denn wir wollten noch ein Requirements machen, dass du das mal Geld zahlen musst. Und Sozialarbeiter kriegt 1800. So. Du hast auch keine Requirements. Das heißt, wir haben jetzt mehr Jobs, als wir eigentlich anzeigen. Das heißt, jetzt muss auf jeden Fall eine Filterung stattfinden. Und jetzt muss ich mir gucken, wo ich die Jobs lade. Ein Jobhändler bestimmt. Genau. Das können wir jetzt auch mal ein bisschen ändern. Bäcker. Programmierer. Und den anderen Job. Und jetzt fügen wir die anderen auch noch hier rein. Denn wir haben noch. Was haben wir denn noch für Jobs angelegt jetzt? Wir haben einmal noch angelegt. Und zwar. Sozialarbeiter. Das machen, schreiben wir zusammen. Das ist nicht schön. Und Musiker. Weil die laden wir jetzt auch noch rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Weil wir hatten noch nie mehr als drei. Bin ich mal gespannt, Freunde. Könnte sein, dass alles jetzt quesht. Ihr wisst ja Bescheid. So ist es halt. Aber dann finden wir Fehler und haben neue Grenzen kennengelernt. So, ich klicke drauf. Ich werde Bestatter. Dein alter Job bist du los. Dein neuer Job wird besser. Ich gehe raus. Zack. Geil. Funktioniert. Seht ihr? Bestatter ist raus. Und Sozialarbeiter ist neu drin. Dann sage ich, ich bin jetzt Sozialarbeiter. Äh, Bestatter. Ich werde jetzt Sozialarbeiter. Bam. Musiker ist drin. Geil. Ich gehe mit dem Musiker. Ich habe eine Absage bekommen für Musiker. Es bleibt aber drin. Da bauen wir später noch ein, dass es sowas wie ein Debuff gibt oder so. Ich werde leerer. Okay. Jetzt hat er nicht mehr mehr drin. Das heißt, ich remove es und dadurch kommt es halt raus. Okay, alles klar. Okay, ich verstehe es. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier, könnten wir jetzt eine diebere Logik einbauen, dass wir jetzt sagen, hey, jeder Job ist ein Dictionary gespeichert und der hat einen Status und so weiter, dass wir das so ein bisschen verwalten können. Wir lassen das gerade aber noch mal raus, weil erst mal funktioniert es, denn ich wollte erst mal was anderes einbauen, Freunde. Ich zeige euch mal, was wir haben. Hallo, Freunde der Nacht. Ich bin Chris. Ich bin Spieleentwickler. Bleibt hier, wenn ihr gerade am Zwitschen seid. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was wir hier machen. Ich entwickle eigentlich das Spiel Droh, weil es ist ein Open-World-Rollenspiel. Das entwickle ich. Wir sind 14 Leute und wir entwickeln fleißig das Game und wir sind als Entwickler-WG hier angefangen. Das waren Kai und ich und wir sind die ersten Schritte gegangen, haben wir ein Rollenspiel entwickelt. Was ich mit euch aber heute entwickle, ist auch ein Rollenspiel, aber ein etwas anderes Rollenspiel, denn das ist der Cotova für mich. Und hier möchte ich zusammen mit euch ein bisschen programmieren. Die Idee dahinter ist, dass wir ein kleines Spiel machen und zwar wie ein kleiner Finanzplan, wo wir eine Person sind. Wir sind Thomas, acht sind männlich, Single, unser Kind heißt Thomas der Zweite, denn wir sind selbstverliebt. Und das ist das, was wir morgen einbauen werden. Das sind Perks, die sagen zum Beispiel, hey, du bist selbstverliebt, hey, du bist gierig, hey, du bist naiv, hey, du bist bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind wir gerade arbeitslos. Wir haben keinen Job. Wir haben Skills und wir haben einen Zustand. Wenn ich jetzt auf Weiterklicke, seht ihr, ich mache Minus. Das bedeutet, ich mache einfach Minus, weil ich nur 449 Euro bekomme und sehr viele Ausgaben habe. Das heißt, wir müssen Plus machen. Das heißt, wie macht man Plus? Wir suchen uns einen Job. Lehrer, Bestatter oder Programmierer. Ah! Programmierer geht nicht, denn ich brauche ein Auto oder Fitness 05 und ich habe kein Auto, aber wir können uns ein Auto kaufen, denn wir können uns das Rensamel-Auto kaufen für 2500. Aber da brauchen wir erstmal einen Zwischenjob. Zum Beispiel können wir Bestatter werden. Dein alter Job, arbeitslos, bist du endlich los, dein neuer Job, Bestatter, wird besser. Geil! Wir sind jetzt Bestatter und jetzt verdienen wir ein bisschen mehr Geld, indem ich jetzt noch weiterklicke. Uh, ein Unfall. Okay, ich bin wieder arbeitslos. Es war dunkel, nirgendwo war mehr Licht, als du deine Augen geöffnet hast und hast du erstmal nichts gesehen. Nur leise ein Geräusch. Piep, piep, piep. Du bist im Krankenhaus. Du spürst nichts mehr, nur noch Schmerzen. Du weißt nicht weiter. Du hast alles verloren. Ich bin wieder arbeitslos. Das ist die Idee dahinter, dass jetzt natürlich Events auftauchen, weil so ein fucking Leben kommen positive, aber auch negative Events. Und das ist ein negatives Event, was mich ziemlich hart getroffen hat, denn ich habe sofort meinen Job wieder verloren und ich bin wieder arbeitslos. Das heißt, ich verdiene es wieder nur, mache Minus. Selbstverliebt sind alle Chauvinisten. Ja, Mann, das stimmt. Das ist der Thomas hier. Das können wir so einen Perk dann einbauen. Das finde ich so cool, solche Perks. Weil das macht für mich ein Rollenspiel aus. Meine super Inspiration für das Spiel ist Crusader Kings 3. Weil da geht es halt darum, dass du ein Spiel spielst, aber dein Charakter bestimmt, wie du das Spiel spielst. Und das finde ich super, super cool und das probiere ich hier einzubauen. Deswegen, die Idee ist halt, dass wir jetzt einen Job suchen, zum Beispiel Sozialarbeiter. Ich habe eine Absage bekommen. Fuck. Lehrer. Habe ich auch eine Absage bekommen. Und jetzt könnte man noch so einen Debuff einbauen. Gerade habe ich den nicht drin. Ich könnte so lang klicken. Jetzt habe ich ihn. Jetzt bin ich Sozialarbeiter. Und jetzt mache ich wieder Plus. Wir wollen aber Programmierer werden. Und darum geht das Spiel so ein bisschen, dass wir jetzt Geld haben. Und mit dem Geld können wir Entscheidungen treffen. Wir können uns zum Beispiel hier was kaufen. Wir können uns ein besseres Haus kaufen, was wir auch noch einbauen. Oder wir können zum Beispiel uns einen besseren Job holen. Oder wir können in uns investieren, dass wir sagen, hey, wir werden besser in Computer Science. Wir machen Kurse. Oder wir müssen irgendwas tun, um happy zu bekommen. Zum Beispiel Massagen. Zum Beispiel Fitnessstudio. Melden wir uns an. Und so weiter. Und so fort. Loving Scotty. Moin, moin. Das sind ja geile Sachen hier. Wo ist denn das schon wieder her? Zyliara. Gucke ich mir gleich an, Alter. Wer so geile Bilder hat, der muss angeschaut werden. Oh, die kenne ich gar nicht. Beautiful Voice Sunshine. Just Shetting Ars im Air macht die. Und Essen und Trinken. Hallo, Loving Scotty. Freut mich, dich hier zu sehen. Genau. Das ist die Idee, dass es darum geht, das Geld jetzt zu investieren in dich. Du kannst auch in deine Kinder investieren. Das wird in Familie. Dass du zum Beispiel sagst, hey, du zeugst Kinder, die Bildung, Privatschule, was weiß ich, was es alles gibt. Und so kannst du dein Geld quasi ausgeben. Wie im echten Leben. Und dann kommen natürlich Events, die dich entweder supporten oder ficken. Warum kriege ich diesen Fehler? Du fährst mit dem Auto und eine Person neben dir erwähnt, dass deine Warnlampe leuchtet. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt muss ich schnell zur Reparatur. Aber ich habe gar kein Auto, Freunde. Das ist völlig unlogisch. Wer hat so eine Scheiße hier programmiert? Und schon wieder die Warnlampe. Ein Unfall. Job wieder verloren. Bam. Und dann muss es auch so ein Debuff geben. Zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, wenn du zweimal deinen Job verlierst, bekommst du einen Perk, dass du irgendwie traurig bist. Und dann, wenn du nochmal einen Job verlierst, wirst du depressiv. Oder keine Ahnung, das sind alles Beispiele. Und das könnt ihr halt mitbestimmen so ein bisschen. Auch vor allem suche ich noch Leute, die für mich noch drei Autos malen und Namen nennen. Das könnt ihr auf den Discord einfach tun. Kommt einfach hier auf den Discord in Medien teilen. Ihr findet Ausrufezeichen Discord könnt ihr hier eingeben. Und könnt hier auch Berufe und so weiter alles einfügen. Und dann baue ich das hier ein. Genau, dann baue ich das hier schön ein. Genauso wie wir jetzt auch bald Häuser einbauen werden, dass du dir ein Haus suchen kannst. Denn am Anfang lebst du noch bei deiner Mama oder so mit 18, war die Idee, du startest ja mit 18, lebst bei deiner Mutter. Und das gibt dementsprechend zum Beispiel auch Events. Deine Mutter kann zum Beispiel mal sagen, hey, du musst immer mehr aufräumen, du bist immer mehr gestresst. Du bringst deine erste Freundin nach Hause und während ihr gerade privat seid, kommt deine Mutter rein, weil sie möchte die Wäsche machen. Sowas in der Art, ne? Solche kleinen Events können wir alles einbauen. Ganz lustig können wir hier alles. Also alles, was ihr aus eurer Erfahrung im Leben kennt, können wir hier einbauen. Und jetzt gerade wollen wir einen coolen Job einbauen. Und da ist noch ein Fehler irgendwie. Warte mal, ich habe glaube ich noch einen Fehler entdeckt. Guck mal, wenn ich jetzt einen Job annehme, Programmierer. Jetzt gehe ich raus und wieder rein. Jetzt richtig, wenn ich auf OK klicke, ich gehe wieder rein. Ne, ist alles richtig. Wir sollten das Pop-Up aber zerstören, wenn wir das Open the Window, das machen wir ganz kurz. Job Window. Leute, die nie einen Schlüssel für ihr Zimmer hatten, taten mir immer voll leid. Also ich habe auch so viele Sachen mit meiner Mutter erlebt. Was ich immer gemacht habe war, kennt ihr das? Ich war glaube ich damals 12 und ich wollte immer MTV, Golden Boy oder so eine Scheiße gucken, ne? Und sowas in der Richtung. Oder Game One oder wie das damals hieß, wollte ich auch gucken. Und meine Mutter, ich durfte ja nicht mehr um 22 Uhr gucken, das war der größte Bullshit. Und deswegen habe ich immer ein Handtuch da drunter gelegt, dass meine Mutter nicht gesehen hat, dass das Licht an war. Und habe immer heimlich Fernsehen geguckt. Hihihihi. Golden Boy, Mann, richtig geil, Mann. Programmierern heißen heute Systemintegratoren. Heißen die wirklich so? Systemintegratoren. Das klingt Programmierer, aber cooler, oder? Oder was findest du cooler? Ja, Golden Boy war cool. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Super, super lustig. So, wir wollen jetzt einbauen, dass wir eine neue Requirement haben. Und zwar brauchen wir Geld. Das wird jetzt ein kleines Refactoring benötigen. Denn dass wir als Requirement Geld brauchen, ist gar kein Problem. Aber dass es auch umgesetzt wird. Da müssen wir ein bisschen tiefer rein huschen. Aber das kriegen wir hin. Fade-Content wäre zum Beispiel hier. Was sind das denn hier? Das sind Antworten. Das nennen wir mal Fade-Answerd, weil das verwirrt mich jedes Mal mit Content. Das sind die Fade-Antworten. Das ist das Fade-Window. Das würde ich auch sehr GUI mal rausziehen, weil das ist gar nicht GUI. Das würde ich einfach ein Object ziehen. Marketplace lassen wir. Das sind alles unsere GUI-Sachen. Und das sind unsere Resources, Freunde. Cowboy Bebop auch geschaut. Na klar, man! Cowboy Bebop natürlich auch geschaut. Da gab es ja neulich gerade, glaube ich, so ein Remake, oder? Habe ich aber noch nicht gesehen. Und da merkt man, dass wir jetzt die gleiche Altersgruppe sind, LovingsGottie, oder? Wie alt bist du? Hau mal raus. Ich glaube, das sind wir so die gleiche Altersgruppe. Oder so Plus-Minus, denke ich. Passt. Ja, ich bin 32, siehste? Siehste, passt. Drei Jahre Unterschied. Dann musstest du es nicht mehr heimlich tun, als ich das gemacht habe. Ich muss es immer mehr heimlich tun, als du dann. Weil du warst drei Jahre älter. Weil ich muss es immer ein bisschen... Ich fand es damals immer so mega, mega nervig mit Giga-Games, dass es immer so früh kam. K-Ren-Semmel. Damit wir es mal ein bisschen beschriften. K-Gecko. Und das ist noch offen. Da könnt ihr, wie gesagt, mir Grafiken hochladen und so weiter. Dragon Ball Z, Mann. Ja, Mann. Dragon Ball Z, Detektiv Conan, Ranma, Digimon, Pokémon. Alles, die Anime ist voll durchgesuchtet. Richtig, richtig geil. Aber irgendwie habe ich da dann irgendwann den Bezug zu verloren. Was ich super schade finde. Aber ich habe super viel gesuchtet. War richtig, richtig geil, Mann. Vor allem das beste Lied war immer noch von Digimon. Hier lebt dein Traum, Alter. Das ist so ein geiles Lied. So, das sind meine Kosten. Meine Fade-Effekt. Meine Finanzen. So, wir wollen aber jetzt... Ich bin noch super verwirrt. Jetzt muss ich unbedingt refacten. Aber ich check da selber nicht durch. Denn wir wollen jetzt ja einen neuen Beruf einbauen. Haben wir. Denn wir wollen den Musiker einbauen. Und der Musiker soll andere Voraussetzungen haben. So, wir gehen Jobs. Wir gucken uns mal an, was sind denn Voraussetzungen. Das sind Objects. Hier Requirements. Und das muss ich nochmal extra machen. Das nennen wir Requirements. Und da machen wir jetzt ein neues Requirement. Und das nennen wir jetzt zum Beispiel Money. So, und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Und jetzt seht ihr, warum ich dafür ein GameObject gemacht habe. Denn wir machen jetzt hier ein neues Requirement. Und das nennen wir jetzt Money Requirements. Und jetzt kommt ein kleines Refactoring, Freunde. Denn das Problem, was wir jetzt haben, ist folgendes. Das wir, wir erben erstmal unser Money Requirement, erbt erstmal von einer abstrakten Klasse, die heißt Requirements. Und jetzt einfach nur ein Check und Get Description, dass man quasi wissen kann, was hat sie denn. Und letztes Mal habe ich es gelöscht. Jetzt baue ich es wieder ein. Denn sie braucht auch eine Umsetzung. Denn das Money Requirement hat quasi hier eine Data, Finance Data. Das ist quasi unser Money, was wir benötigen dafür. Und jetzt müssen wir quasi checken, ob das überhaupt der Fall ist. Ob das überhaupt zutrifft. Und das machen wir, indem wir über den GameHändler, sorry, GameHändler greifen wir zu. Punkt, Instance, Punkt, Get Player, Punkt. Haben wir irgendwas hier mit Money, dass wir irgendwas mit Money checken können? Ah ne, wir müssen nicht auf den Player, sondern auf seine Finanzen zugreifen. Das ist der Finance Händler. Und haben wir da irgendwas mit Check, Entry, Possible. Das sieht doch ganz geil aus, Chris, was du gemacht hast. Und das machen wir Money. Und das returnen wir einfach direkt zurück. Und jetzt alle, die objektorientieren, sehen ja, das kann null sein, das kann null sein, das kann null sein. Und wir sagen, ne, give a fuck. Richtig, Freunde, ihr habt es gehört. Wir machen es in dem Kontext jetzt einfach so. Und das nennen wir jetzt einfach return. Du benötigst Geld hierfür. Benötigt Geld, Doppelpunkt. Und dann machen wir money.getvalue. Das ist unser Geld value. So. Einen wunderschönen guten Morgen, Maxi Pferd TV. Willkommen. Hallo, äh, Jackie. Willkommen. Ähm. Ja, was tut, es tut mir ja voll leid. Irgendwie, ich update dich jetzt einfach mal, wo du nicht gefragt hast, Jackie oder euch alle. Ähm. Genau, ich entwickle eigentlich das Spiel Drohwar, was ihr dort seht. Ich kann auch mal draufklicken, euch das mal ganz kurz einmal zeigen. Blup, blup, blup. Guck mal, das Spiel entwickle ich eigentlich. Hier ist ein Rollenspiel, ein Open-World-Rollenspiel. Pixel-Art. Äh. Und da geht es quasi darum, dass du, äh, das ist super inspiriert von Gothic, von anderen RPGs. Und ich denke, wir sind ein bisschen einzigartig, dass wir ein Pixel-Art-Open-World-Rollenspiel machen. Ich glaube, das gab es so noch nie. Also ich kenne auf jeden Fall keins. Bestimmt gab es das mal schon irgendwie. Aber ich kenne keins. Und dort arbeite ich als Breakmanager. Ich bin der Geschäftsführer. Ich habe das mit der Entwickler-WG, die ihr hier seht, das sind Kai und ich übrigens. Äh. Und ich bin Chris. Und wir haben das zusammen gegründet, das Spiel, und haben damals das entwickelt. Ähm. Und ich arbeite dort jetzt als Projektmanager und nicht mehr wirklich als Programmierer. Und deswegen dachte ich mir, ich programmiere mit euch hier immer zwei Stunden, jeden Tag von 11 bis 13 Uhr ein kleines Spiel. Und heute entwickeln wir so ein kleines Money-Spiel. Oder ich weiß nicht, wie das Spiel eigentlich heißt. Und ich probiere ganz kurz, ich will ganz kurz schauen, dass wir das jetzt hinkriegen. Und dann zeige ich euch mal, was wir hier haben. Deswegen bleibt kurz noch dabei. Äh. Wir nennen das jetzt hier Musiker-Finance-Data. Und dadurch, dass wir Convention haben, kommt erst, was es ist und dann, für was es ist. Finance-Data. Und da kommt noch ein S hin. Wir haben es jetzt. So, und da sagen wir, wenn du Musiker werden, kostet 2500 und das ist fix. Das heißt, wir gehen jetzt in unseren Job rein. Wir gehen jetzt in unseren Musiker rein. Und wir gehen jetzt in Root. Hier rein erstmal. Dann ziehen wir hier ganz kurz die Finance-Data rein, die wir für den Musiker brauchen. Und dann klicken wir auf unseren Job Musiker. Und der kriegt jetzt das Object Finance Money. Zack. So. Mal gucken, ob es funktioniert, Freunde. Musiker werden ist der Traum. Kommt noch. Es kommt noch. Der Musiker ist geiler Job. Denn durch den Musiker schaltest du Events frei im Spiel. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir wollen nicht Lehrer sein. Wir wollen nicht Sozialarbeiter sein. Wir wollen Musiker sein. Du hast die Anforderung nicht für den Beruf. Geil. Es funktioniert alles. Geiles Ding. Okay. Ich will aber. Okay, gut. Dann müssen wir erstmal Geld verdienen. So. Jetzt haben wir es. Ich habe eine Absage bekommen. Ich habe eine Absage bekommen. Ich will aber den Job. Okay. Jetzt habe ich ihn. Man muss einfach nur. Merkt euch das. Wenn ihr einen Job haben wollt. Einfach immer nur draufklicken. Wir sind jetzt Musiker. Und jetzt haben wir es geschafft. Und wir verdienen jetzt. Alter, wir verdienen gar nicht. 600, Mann. 600, Mann. Was ist das für eine Scheiße. Aber. Und das bauen wir jetzt. Jetzt ein. Das wäre jetzt. Oh cool. Das hat funktioniert. Ich habe das Geld verloren. Oder? Habe ich das Geld verloren? Ne. Ich habe nicht das Geld verloren. Habe ich das Geld verloren? Weiß das einer von euch. Habe ich gerade das Geld verloren. Für den Musiker? Ich weiß nicht. Habe ich das Geld verloren habe. Fuck. Muss ich nochmal testen. Weil das war genau die Sache. Ich glaube nicht. Dass ich das Geld verloren habe. Wenn es ist. Das ist ein jubelster Bug. Jubelster. Oh cool. Ich habe. Ja. Programmiert technisch. Denn. So. Wir gucken. Wir haben jetzt 2000. So. So. Musiker benötige ich jetzt 2500. Okay. Ich habe das Geld nicht verloren. Oh Gott sei Dank. Leerzeichen in der Konkatenation vergessen. Habe ich das? Wo denn? Habe ich gar nicht gesehen. In der Konkatenation. Das habe ich ewig nicht mehr gehört. Das Wort. Ja. Ja. So. Wir müssen jetzt einbauen. Und das ist das. Für Musiker hängen glaube ich zusammen. Für Musiker hängen glaube ich zusammen. Was meinst du glaube ich Scotty? Erzähl mal. Ich verstehe nicht ganz genau was du meinst. Wir müssen hier ein neues Abstract Methode schreiben. Public. Abstract. Void. Execute. Das ist eine Methode die wir benötigen. Weil wir benötigen sie jetzt hier. Weil das Geld soll berechnet werden. Also das was benötigt wird. Soll eine Execute Methode haben. Und jetzt kriegen wir noch mehr Fehler. Für Musiker spuckt der aus. Ach so. Hat der Stingel das gemacht. Ich habe jetzt mal neue Fehler. Denn wir haben jetzt noch ganz viele Requirements. Wo wir einfach hier nichts geben. Okay. Dadurch muss er nicht mehr abstrakt sein. Sondern wir machen sie virtual. Weil nicht jeder hat eine. Das was man jetzt hier sieht. Weil zum Beispiel hier kann ich ja nichts umsetzen. Denn das ist einfach nur ein Job Require. Und dann müsste es jetzt alles wieder funktionieren. Ich gucke mir gleich mal den Fehler an. Für Musiker spuckt der aus. So ein Schlingel. Das soll er nicht machen. Erboten. So guck mal an. Job. Wo ist unser kleiner Musiker hier? Programmierer können wir nicht werden. Bestatter. Habe ich eine Absage bekommen. Absage bekommen. Absage bekommen. Jetzt habe ich ihn. Sozialarbeiter. Ach für. Hier ist es. Jetzt weiß ich was du meinst. Ja. Da gebe ich dir recht. Das können wir auch sofort fixen. Ist aber eigentlich nicht. Da ist es. Machen wir später noch lokalisiert. So. Das bedeutet jetzt. Wir haben. Eigentlich haben wir alles. Ja. Wir haben jetzt. Eigentlich müsste es funktionieren. Genau. Die Execute müssen wir jetzt ausführen. Das bedeutet. Hier sind unsere Requirements. Hier rufen wir die Description auf. Und jetzt sind wir im Offer-Windows. Und jetzt muss hier. Job selected invoke. Hier ist es. Und jetzt muss ich theoretisch. Job.execute. Nein. Also hier ist ganz kurz. Ich klicke jetzt auf den Button drauf. Also ich zeige euch das mal ganz kurz parallel. Damit ihr versteht, was hier passiert. So. Wir öffnen jetzt das Job-Window. Und jetzt bin ich hier in diesem Job-Offer-Fenso drin. Das ist das hier. Und jetzt. Wenn ich diesen Button klicke. Wird diese Methode hier aufgerufen. Und jetzt ist es quasi so. Das wir Job-Selected-Event invoken. Okay. Wir invoken. Hey. Der Button wurde geklickt. Dann wird die Logik Bescheid gesagt. Die Logik sagt. Ah okay. Alles klar. Anscheinend wurde hier irgendwie ein Befehl ausgeführt von der GUI. Ich gucke mal, was ich damit tue. Und dann. Tut sie was damit. Und sie checkt quasi. Okay. Ich gebe aber nur den Job mit rein. Okay. Das ist. Okay. Denn der Job hat unser Interface. Job.getRequirements. Hier sind die Requirements drin in unserem Job. Das ist eine Liste von Requirements. Okay. Ja. Das ist ja richtig. Das sieht sehr gut aus. Das heißt. Unser Interface hat. Requirements. Okay. 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 Alles klar. Also ich klicke hier drauf. Auf diesen Button. Da bekommt meine Logik Bescheid. Meine Logik sagt. Okay. Irgendwie wurde der Button geklickt. Mit dem Job. Dann sagt meine Logik. Okay. Alles klar. Entweder nein. Oder ja. Und ich vermute. So wie ich mich kenne. Dass ich jetzt hier das abfange. Und hier ist es. Genau. Job. Changed. Listeners. Das heißt. Ich habe meinen Job angenommen. Geil. Und wenn mein Job davon null ist. Das heißt. Hier nehme ich jetzt den neuen Job an. Das heißt. Die GUI. Macht keine Logik. Deswegen passiert jetzt einfach. Wie war das Zitat? Wir machen keine Logik. Das heißt. Wir müssen in die Job Klasse rein. Denn da muss jetzt. Die Requirements gesetzt werden. Das heißt. Dass da alles kalkuliert wird. Das heißt. Was dieses Event hier feuert. Da müssen wir jetzt rein. Und das ist hier drin. Hier drin. Job Händler. Und das ist dieses Event. Dieses Event müssen wir uns jetzt anschauen. Freunde. Denn dieses Event wird gefeuert. Und zwar hier. Geil. Das heißt. Change Job. Und das heißt. Jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt sage ich Current Job. Oder der Job Punkt. Und jetzt kommt der Effekt. Der Execute. Jetzt müssen wir for each. Genau. Jetzt iterieren wir beim Job. Über die ganzen Requirements durch. Ja. Geil. Geil. Gefällt mir. Item. Und Punkt. Execute. Jetzt sagen wir. Jetzt führen wir aus. Hey. Hast du ein Requirement? Ja. Dein Job. Also es wurde gecheckt. Es funktioniert. Du kannst einen Job annehmen. Alles klar. Alles gut. Und was jetzt passiert ist quasi. Wir gucken. Hey. Wie viele Requirements haben wir? Und die ganzen Requirements sollen ausgeführt werden. Und das war es. Freunde. Jetzt müsste es funktionieren. Wenn ich jetzt Musiker werde. Kann ich Musiker nur werden. Wenn ich 2500 Euro habe. Machen. Gucken wir mal. Wir holen das mal ganz kurz. Ich wurde geblitzt. Ich habe Geld verloren. Sozialarbeiter. Musiker. So. Kann ich nicht machen. Keine Anforderung. Ich benötige 2500 Gold. Okay. Die holen wir uns jetzt mal. Oh fuck. Ich bin arbeitslos. So. Wir sind jetzt arbeitslos. Wir haben aber 2500. Und wir können jetzt sagen. Wir wollen Musiker werden. Guckt auf das Geld. Freunde. Und. Ich habe eine Absage bekommen. Okay. Und. Ich habe noch eine Absage bekommen. Okay. Und. Nice. Ich habe ihn bekommen. Hat nicht funktioniert. Aber Theorie war cool. Oder? Also die Spannung habe ich auch gebaut. Die Spannung war da. Aber die Umsetzung war leider nicht so gut. Ach ja. Oh Mann. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Okay. Woran. Eigentlich. Wir exekuten hier alle Sachen. Und jetzt haben wir doch. Hm. Requirement. Badum. Der Spannungsbogen war gut. Fand ich auch. Aber ich glaube. Expense fix 2500. Musiker werden. Hä? Es müsste funktionieren. Und. Ja gut. Okay. Ich habe nichts geschrieben. Ich habe nichts geschrieben. Freunde. Ich muss auf Toilette. Aber keinen Bock. Das kenne ich. Aber manchmal muss man Sachen tun. die man tun muss. Du schaffst das. Ich habe nichts geschrieben. Hier kein Wunder. Es ist nichts passiert. Gar keine Logik habe ich dafür da. Okay. Gamehändler. Punkt. Incent. Punkt. Getfinancehändler. Punkt. Add Entry. Und jetzt enden wir einfach nur den Money Entry. Und das war es. Jetzt funktioniert es. Jetzt kommt der Spannungsbogen. Ich baue ihn neu auf. Also. Wir haben nach endlichen. Nach endlosen Stunden haben wir jetzt geschafft. Einen neuen Job einzubauen. Das heißt. Ich möchte gerne Musiker werden. Das war mein Traum. Denn. Jetzt geht es los. Wir können ihn aber nicht werden. Denn wir brauchen 2500 Gold. So. Die haben wir. Jetzt geht es los. Ich bin arbeitslos. Ich bin in meinem Job drin. Und es geht los. Und ich möchte Musiker werden. Das ist mein Traum. Ich habe das Geld aufgetrieben. Ich habe die 2500 Euro aufgetrieben. um Musiker zu werden. Und ich werde jetzt Musiker. Okay. Ich habe eine Absage. Ich habe es geschafft. Und es ist abgerechnet. Und wir sind Musiker. Wir haben es geschafft. Mann. Unser Traum ist wahr geworden. Wir haben dafür so lange gespart. Um Musiker zu werden. Und jetzt verdienen wir 600 Euro im Monat. Cool. Oder? Das heißt, wir verlieren 200. Ich muss auch mal zusammen addieren. Das fehlt echt hier drin. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind Musiker. Scheiß drauf auf das Geld. Wir sind glücklich. Wir arbeiten als Musiker. Wir haben Live-Auftritte. Wir verdienen mega viel Geld damit. Bestimmt irgendwann. Jeder fängt klein an. Und jetzt beginnt unsere Karriere. Wir machen jetzt pro Monat um die 200 Euro plus. Cool. Nice. Aber wir sind Musiker. Wir leben unseren Traum. September ist rum. Ein Unfall. Es war dunkel. Ich bin arbeitslos. Ich habe Musiker verloren. Cool. Ich war drei Monate lang Musiker. War eine schöne Zeit. Jetzt bin ich wieder arbeitslos. Ist das nicht schön? Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht romantisch? Ach, Freunde. So ist es. Das ist das Spiel im Endeffekt. Also das ist so die Idee des Spiels. Dass du denkst, oh geil, ich habe darauf gespart. Und dann passiert das. Das Leben fickt dich halt einfach. Punkt. So ist das Leben. Oder das Leben legt dir oder segnet dich. Oder keine Ahnung. Was wir jetzt aber einbauen wollen, ist, dass wir natürlich auch, wenn wir Musiker werden, dass wir auch damit irgendwie, ja, dass es uns was bringt, sage ich mal, durch die Blume. Weil aktuell ist es ja doof. Ich bin Musiker und eigentlich ist es total bescheuert. Ja, das stimmt halt. Das Universum, es kann euch immer was Gutes passieren und was Schlechtes. Deswegen, man nennt das ja auch ein bisschen Karma Bitch, ne? So, das heißt, wir bauen jetzt ein Fade ein. Und Fades sind Events, die passieren in deinem Leben. Und da bauen wir zum Beispiel jetzt Fade, Musiker. So, warte mal, ich gucke uns kurz mal, was gibt es denn da so viel? So, Fade, Musik. Und dann nennen wir das einfach, ähm, was heißt denn so Konzert, so, wollen wir so irgendwie so Konzert machen, dass du ein Konzert hattest? Dann machen wir einfach das so. Also, du hast ein Konzert und, äh, ja. So, wir haben jetzt ein Konzert, äh, erfolgreiches Konzert und kriegen dafür 1.400 Euro, Freunde. 1.400 Euro, Alter. Da seht ihr wieder. Und das ist fix. Also, wenn wir, jetzt können wir aber genau, das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wenn wir ein Fade erstellen wollen, gehen wir nochmal zwei Schritte zurück und definieren quasi jetzt hier, ähm, das sind ja unsere finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und nennen das jetzt hier unser Music-Konzert und jetzt können wir einen Text schreiben. Dein erster Auftritt. Du auf der Bühne. Alleine. Deine Chance. Du gibst alles. Du bist im Flow. Du fühlst es. Du bist Musik. Du bist die Musik. Ein voller Erfolg. So. Wunderschöner Text. So. Jetzt ist der Effekt halt da, Freunde. Also, erstmal haben wir ein Requirement und Requirement haben wir, du benötigst einen gewissen Job. Das haben wir schon. Dann gehen wir hier rein. Äh, einen Job brauchst du. Und, ähm, jetzt können wir das hier ein bisschen, äh, neues, äh, Skript schreiben. Und zwar brauchst du nicht irgendeinen Job, äh, 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 Current Job oder so Current Job Requirement. Wen man nenn's Target. Ausgebetenet. Du brauchst genau einen. Genau, und hier sagen wir jetzt, jetzt gehen wir rein und wir erben von Requirement, das hatten wir ja schon mal, machen diese ganzen Stuffy weg hier, überschreiben das und jetzt sagen wir einfach, hey, du brauchst einen gewissen Job, Serialized Field, Private, Target Job, Target Job, das ist der Job, den wir benötigen. Jetzt checken wir, GameHandler, GameHandler.Instant.GetPlayer, nee, haben wir Job, GetJobHandler, CurrentJob haben wir, GetCurrentJob ist gleich TargetJob, das geht natürlich nicht, dann müssen wir returnen und das können wir hier sagen, wir können das anhand einer ID und das ist der Name, denn der Name ist einzigartig und GetName, so, und jetzt brauchen wir eine Description, warum braucht man eine Description für eine Requirement, ach so, ich verstehe, Same Job benötigt und das ist dann der TargetJob. Benötigt. Ich mache eine Klavierübungspause und du baust den Musiker in deinen Spieler und das ist echt witzig, vielleicht bist du das ja, den ich hier einbaue. Erstmal willkommen hier. Genau, ich bin Chris, ich bin Spielentwickler, wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall mal ein Follow da, würde ich mich mega darüber freuen, denn wir fangen gerade hier frisch auf Twitch an mit Programmieren und deswegen hätte ich da Bock drauf. Ich verstehe das nicht, ich habe gute Tests geschrieben und davon auch alle, die wir brauchen. Trotzdem habe ich Panik vom Meeting und ich arbeite da schon über ein Jahr. Hört das irgendwann auf? Schwer zu sagen, wenn du da schon über ein Jahr arbeitest, ist es wahrscheinlich eher so, also klingt so ein bisschen hart, ich bin ja auch Geschäftsführer von meiner Firma und mir wäre es halt wichtig, dass du das ansprichst und dass die Leute das wissen einfach. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, hey, hört mal zu, ich mache mir selber so einen Stress und so weiter oder ich habe Panik oder sogar schon und dass die Leute dann zum Beispiel auch darauf eingehen und erklären, hey, warum hast du denn Panik? So denke ich halt immer, dass man über alles reden kann, weil denen ist ja auch wichtig, dass es ihr dort gut gibt. Hallo BOF, deswegen würde ich hier mit denen reden, weil ich glaube, es wird nicht von alleine besser. Ich bin immer so ein Typ, ich möchte über alles reden. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Target Job, genau. Genau, wir brauchen jetzt hier den Musiker. Vor allem Musiker, wie deutsch das wieder ist. Das ist, aber uns ist das, das ist natürlich. Genau, Musiker, wo heißt das anscheinend, wusste ich gar nicht. Aber Angst hilft sich zu konzentrieren. Angst glaube ich nicht. Angst ist etwas, was glaube ich gar nicht konzentriert. Also Angst ist für mich, hinter mir ist ein Axtmörder und ich laufe weg und ich habe Angst. Oder ich laufe durch den Wald oder so. Nervosität weiß ich auch nicht, ob das hilft, sich zu konzentrieren. Ich glaube, Druck ist es da eher, was du meinst. Aber zu viel Druck auch wieder nicht. Aber so ein Zwischending vielleicht. So, jetzt haben wir den Musik, jetzt haben wir gerade ein Effekt gemacht. Wir haben das Musiking-Konzert und das hat jetzt als Requirement, dass es ein Target Job benötigt. Blub kommt da rein. Und es hat jetzt noch ein Effekt. Und das ist doch, das haben wir noch nicht gemacht, ne? Ne, das sind jetzt die Antwortmöglichkeiten, die wir definieren. Und das nennen wir jetzt Musiking-Konzert-Happy-Money. Gehen wir rein. Wir nennen das, ich bin stolz auf meine Arbeit. So, und das hat jetzt folgende Behaviour. Zwar hat es einmal eine Lifetime, weil ich bekomme einmal Geld, das bleibt. Money, das müsste jetzt hoffentlich ein Container sein. Ja, ist es. Geil. Und das nennen wir jetzt das Musical-Konzert. Und dann hat es irgendwie noch ein Behaviour. Job Behaviour. Behaviour Job. Was macht denn das in so einem Gadget oder Change Job to Default? Uh. Das nehmen wir raus. So, dann haben wir es eigentlich schon. Geil, das ist das Event schon fertig. Das ging ja alles für mich fix. So schnell baut man ein neues Event, war ein jetzt bei uns im Spiel. Dann müssen wir es nur noch hier in den Gamehändler hinzufügen. Dann löschen wir einfach mal die anderen alle raus, damit wir wirklich hundertprozentig den Test haben. Und machen das Musical-Konzert rein. Und lassen das aufploppen mit einer Wahrscheinlichkeit. Oh fuck, ich bin ja dumm. Nein, 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 nein. Da nicht rein. Das ist noch doof. Denn wir wollen ja in den Fade-Händler reingehen und wollen die Fades hier löschen. Das sind unsere ganzen Events, die wir haben. Und dann jetzt hier unser Konzert. Und das müsste jetzt funktionieren, Freunde. Ich glaube dran, dass es funktioniert. Na, jemand, der nervös ist, hat sich vorbereitet und hat Angst, was Falsches zu machen. Weiß ich nicht, ob das so der richtige... Also so kann sein, dass es vielleicht hilft, aber ich würde lieber meine Firma machen, dass sie selbstbewusst hingehen. Dass sie stolz darauf sind. Dass ich stolz bin, etwas zu präsentieren. Dass ich mich darauf freue. Dass ich voller Stolz das erzählen kann. Dass ich daran glaube, was ich erzähle. Das ist so eher, wie ich immer meine Vorträge gemacht habe. Und so habe ich das immer aufgebaut. Aber ich glaube, nervös würde ich nicht fördern wollen, sage ich immer so ein bisschen. Dass jemand nervös ist. Ich glaube, da macht man auch eher Fehler. Auto wird benötigt und dazu. Hä? Habe ich einen Fehler im Nullreferenz? Wo habe ich denn Joboffers 31? Hier habe ich einen Fehler? Warum habe ich denn hier einen Fehler? Warum habe ich hier einen Fehler? Jobhändler Player. Ja, wir können das echt mal ein bisschen mehr aufziehen. Das ist mein Fade-Händler. Du hast eine Chance von 1. Freunde, ihr wisst Bescheid, welche Taste ich drücke. Es ist so dumm. Ich habe leider meine Shortcut auf 1 und 2 geweintet. Die zwischen der Kamera, dass man mich so sieht. Und meiner Kamera, dass man mich so sieht. Hin und her schaltet. Total bescheuert. Ich will es fixen. Aber ich kriege es einfach nicht hin, Freunde. So, meine Freunde. Ich heiße Chris. Ich bin ein Spieleentwickler. Und was ihr hier seht, ist die Entwickler-WG. Das sind eigentlich Kai und ich. Wir haben zu zweit hier angefangen. Wir leben immer noch in einer WG. Jetzt sind wir aber in dem Büro. Denn wir haben eine Firma gegründet. Wir sind selbstständig als Spieleentwickler. Und wir entwickeln aktuell das Spiel Drova. Das ist das hier. Das könnt ihr auch schon spielen. Das ist umsonst. Einfach Ausrufezeichen Drova eingeben. Oder hier oben einfach Drova eingeben. Und dann könnt ihr das Spiel schon spielen. Denn wir entwickeln ein Open-World-Rollenspiel Pixelart. Was inspiriert ist von Gothic, Skyrim. So ein bisschen diese Ursprungsrollenspiele. Aber ich entwickle heute mit euch ein kleines Minigame. Und zwar, wir haben noch keinen Namen für das Spiel. Money Bitch, Life und so weiter. Denn das ist das Leben, was wir hier programmieren wollen. Anhand von einem Finanzplan. Denn wir sind ein Rollenspiel natürlich. Und wir sind Thomas 18, männlich Single. Wir sind selbstverliebt. Deswegen heißt unser Kind Thomas der Zweite. Wir sind arbeitslos. Wir haben kein Auto. Wir haben Skillpunkte. Und wir haben einen Mutzustand, wie es uns gerade geht. Finanziell geht es uns nicht gut. Denn wir machen minus 64 Euro. Und jetzt gerade bauen wir ein, dass man jetzt verschiedene Jobs annehmen kann. Zum Beispiel Lehrer, Absage bekommen. Bestatter. Oh geil, Bestatter bin ich jetzt. Hat funktioniert. Nee, oder? Auch eine Absage. Auch eine Absage. Programmierer. Erfülle ich die Anforderungen? Ich brauche ein Auto dazu. Hm, Auto. Wie kriege ich denn ein Auto? Ich gehe mal auf den Markt. Ah, ein Auto. 2500 Euro. Alter, wie soll ich mir ein Auto kaufen? What the fuck, Alter. Das kann ich niemals machen. Ähm, genau. Deswegen ist die Idee, wir brauchen ein bisschen Bestatter werden. Geil, ich habe ihn jetzt bekommen. Wir sind jetzt Bestatter. Und jetzt verdienen wir ein bisschen mehr Geld. Wir machen auf jeden Fall Gewinn. Das heißt, wir verdienen 2100. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns. Denn es gibt später noch Events, die wir einbauen. Denn wir wollen jetzt gerade Musiker werden. Und das probiere ich jetzt gerade mal durchzudebuggen. So, aber jetzt ist hier eine Nullreferenz. Warum habe ich eine Nullreferenz, Freunde? Wo kommt das denn her? Er möchte Jobs instanziieren, die er nicht findet. Okay. Das ist nicht gut, Freunde. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, hier die Entwickler-WG, lasst auf jeden Fall mal ein Follow da. Ich bin jeden Tag von 11 bis 13 Uhr online. Und wir programmieren ein kleines Minigame. Denn heute ist der Cotoba oder diesen Monat. Und wir entwickeln für 30 Tage so ein kleines Minispiel hier. Und dann fangen wir ein neues Projekt an. Und ich weiß noch nicht, was wir als nächstes machen. Das könnt ihr mitbestimmen, indem ihr auf unseren Discord kommt. Und hier könnt ihr auch Teil des Spiels werden. Denn hier könnt ihr zum Beispiel Grafiken hochladen. Zum Beispiel ist das Auto, was ich eingebaut habe. Ihr könnt hier Jobs vorschlagen, Events vorschlagen. Was euch das Leben so vorbereitet. Oder ihr schreibt es einfach hier in den Chat rein. Dann schreibe ich mir das auch auf. Denn hier habe ich einen schönen Zettel. Guckt euch das mal. Das sind alle Inputs von euch. Richtig, richtig geil. Also das Spiel kann sehr komplex werden, Freunde. Es wird auch ein bisschen zu komplex schon. Also für dieses kleine Projekt. So, ich habe eine Nullreferenz. Gucken wir uns mal an. Pop-up Click-Listener. Okay, ich instanziere hier die Jobs. Und hier ist irgendwie ein Fehler drin. Und da klinken wir uns jetzt einfach mal ganz kurz ein. Und gucken wir uns an, was überhaupt da drin ist. Denn hier lernt ihr also. Hier, worum geht es bei dem Kanal? Bei dem Kanal geht es auf einer Seite darum, dass wir programmieren natürlich. Aber es geht vor allem um Spielentwicklung. Denn ich bin Spielentwickler. Und ich entwickle hier mit euch zusammen. Computerspiele und Computerspiele zu entwickeln, ist viel mehr als nur programmieren. Das ist das, was mir so wichtig ist. Denn Spielentwicklung bedeutet auch Game Design, Story, Writing, Testing, Spielen selber und so weiter. Deswegen werden wir auf dem Kanal auch Computerspiele spielen. Und werden die zusammen ein bisschen analysieren. Und uns anschauen. Da ist der Fehler. Guckt euch das mal. Eine Null hat sich versteckt. Was machst du hier? Du kleine Null. Du kleiner Schlingel. Ich weiß auch, woher die Null kommt. Und das ist halt, wir haben kein Content Loader geschrieben. Das ist super nervig. Und dadurch kommen immer jetzt so kleine Fehler mal zustande. Aber Gott sei Dank habe ich noch den Überblick. Aber wir müssen später echt Klassen schreiben, die sowas abchecken. Denn das Problem ist, das zeige ich euch ganz kurz, wir haben den Jobhändler. Der Jobhändler lädt halt alle Jobs rein. Und aktuell lade ich die hier rein. Und das heißt Usica. Aber wir haben das gerefactert, weil ich Englisch kann. Oder ich kann Englisch ein bisschen. Und das heißt, jetzt haben wir es umgeändert zu Musik kennen. Und das war der Fehler. Deswegen konnte er es nicht richtig laden und hat auf den Fehler geworfen. So Freunde, jetzt zeige ich euch das. Denn wir haben ein geiles Event eingebaut. Der Punkt ist, das Spiel macht halt nur Spaß oder soll Spaß machen durch Events. Und Events sind Sachen, die euch im Leben ficken, aber euch im Leben auch supporten und euch helfen. Wie zum Beispiel aus was Negativen kann was Positives folgen und so weiter. Ihr könnt eure erste Liebe finden. Ihr könnt ein Kind bekommen. Ihr könnt das Haus verlieren. Ihr könnt aber auch ein Erbe bekommen. Ihr könnt aber auch Geld auf der Straße finden. Aber ihr könnt überfallen werden. So ist das Leben. Und so wollen wir das hier darstellen im Spiel durch Events. Das heißt, aktuell habe ich alle die Events deaktiviert, weil ich möchte gerne Musiker werden. Deswegen bin ich jetzt ganz kurz. Zeige ich euch ganz kurz mal. Ich werde jetzt mal Lehrer. So, jetzt ist hier Musiker. Ich benötige aber 2500, bekomme aber 600 pro Monat. Ey, das ist gar nichts. Gerade bin ich Lehrer und ich kriege 2100. Aber unser Traum ist es, Musiker zu werden. Das heißt, wir investieren unser ganzes Geld, jetzt da rein Musiker zu werden. Und wir haben es geschafft. Wir sind Musiker. Freunde, wir haben es geschafft. Was jetzt passiert ist, man denkt jetzt sich, wenn ich weiterklicke, geil, okay, cool, ich habe meinen Job wieder verloren. Hä? Ich habe das auch rausgenommen. Wollte ich verarschen? Fade-Händler. Hä, lade ich die Fades irgendwie rein? Ich habe doch hier nur einen einzigen Fade drin. Warum kann ich denn da einen? Es wird gerade voll gruselig, dass das Event, dass ich alles verliere, kommt, obwohl ich es gar nicht drin habe. Es wirkt gerade so. Das Konzert. Vielleicht war sogar das das Event. Ich zeige euch das einfach mal, Freunde. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, unser Spielidee, wie gesagt, wir machen ein kleines Rollenspiel. Wir sind Thomas 18, männlich Single. Unser Kind heißt Thomas der Zweite. Wir sind arbeitslos. Und es läuft finanziell nicht gut bei uns. Wir machen minus 46 Euro. Das heißt, wir brauchen einen neuen Job und wir werden Lehrer. Absage bekommen Lehrer, Bestatter aber angenommen. Das heißt, jetzt machen wir endlich Gewinn. Wir wollen aber unbedingt Musiker werden. Das bedeutet, hier, wir wollen Musiker, brauchen wir jetzt 2500 Euro. Haben wir. Jetzt werden wir Musiker. Absage. Das ist noch gerade debugmäßig drin. So, wir sind jetzt Musiker. Und jetzt können Events auftauchen, die nur auf den Musiker zugestritten sind. Das Konzert. Auf der Bühne. Allein deine Chance. Du gibst alles. Du bist im Flow. Du fühlst es. Du bist Musiker. Du bist die Musik. Ein voller Erfolg. Okay, der Text passt gerade nicht so. Okay, irgendwie ist da noch ein Fehler drin, aber schön vorgelesen von mir. Ja, hier ist falsch referenziert. Das muss da rein. Und jetzt muss das funktionieren. Nochmal alles debuggen. So, Job, Lehrer. Bestatter. Bam, bam, bam. Musiker. Absage. Habe ich bekommen. Okay, alles klar. Ich bin Musiker. Und jetzt kommt das Konzert. Komm, 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 komm. Das Konzert. Da ist es. Guckt mal. 1400 Money. Auf der Bühne alleine deine Chance. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Ich bekomme 1400 Euro. Bam. Ist das nicht geil, Musiker zu sein? Stolz. Noch ein Konzert. 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 Okay, ich verdiene immer noch weniger, als ich eigentlich als Sozialarbeiter verdienen würde, glaube ich. Okay, muss man auf Valancen, Freunde. Kann man eigentlich Programme entwickeln ohne C+, und so weiter, also nur mit Nullen und Einsen, nur theoretisch? Ja klar, Assempler kannst du schreiben, obwohl das hat, nee, mit Nullen und Einsen kannst du es nicht machen. Es gibt immer Befehle, aber im Endeffekt wird alles um zu Nullen und Einsen dann gemacht. Du kannst dem Drang, eine neue Gitarre zu kaufen, nicht widerstehen und gibst 500 aus oder so ähnlich. Genau, aber da müssen wir, das Problem ist da, Nacho Man, können wir einbauen, das bauen wir jetzt auch sofort ein. Das Problem da ist ein bisschen, wenn du keine 500 Euro hast, dann können wir machen, dass du Happiness verlierst. Also entweder sagst du, du gibst 500 Euro aus oder du verlierst Happiness, weil du widerstehst. So, weißt du, was ich meine? Wir müssen halt immer noch so einen Plan B geben, falls wir das Geld nicht haben. Aber das könnte man auch als Requirement einbauen. Aber das finde ich eine schöne Idee, das Fade bauen wir jetzt ein. So könnt ihr ein Teil davon sein und mitbestimmen. Das heißt, wir definieren ein Fade und nennen das jetzt, wir nennen es hier Musikin, denn wir benötigen halt die Vorbedingungen. Gitarre. So, und da bauen wir jetzt ein, du gehst chillig durch die Stadt und kommst an einem Musikladen vorbei. Wo WTF, da ist die neue Harrison Barry Gitarre. Absolut selten. Die musst du haben. Das Preisschild sagt 500 Euro. Und jetzt kannst du eine Entscheidung treffen, Freunde. Das ist halt, so ist das Leben. Egal, was ihr tut, ihr müsst immer Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben einen Effekt hier. Wir haben zwei Effekte im Endeffekt jetzt. Einmal Musikin, Gitar Money, also Accept Money. Und dann haben wir das Güter-Event. Reject. Und das nennen wir jetzt Happy. Happy ist übrigens auch ein Warcraft 3 Spieler. Falls ihr euch für Warcraft 3 interessiert, guckt euch mal Happy an. Machen wir einen neuen Fulda mal rein, weil es wird mir irgendwie gerade schon zu 400. Das ist jetzt Musikin, weil da kommen die ganzen Musiker-Sachen rein. Zack. Und weil das sind Sachen, die quasi als Voraussetzung dienen. So, da gehen wir rein. Accept Money. Da ist es jetzt so, ich bin stolz auf meine Gitarre. Ich will diese Gitarre haben. So, und dort können wir jetzt Behaviors für schreiben. Denn wir müssen vor allem erstmal wissen, alles klar. Musik in Gitarre. Und das kostet dir Geld. Und das heißt, Gitarre gekauft. Und das sind halt 500. Income. Das ist kein Income. Das ist ein Expense. Dann gehen wir da rein. Und dann können wir jetzt diese Gitarre hier reinziehen. Und dann haben wir quasi, dass wir 500 Euro zahlen. Und für einen Tag. Denn wir können auch, man könnte auch eigentlich einbauen, dass wir in Raten zahlen. Das wäre auch kein Problem. Können wir auch machen. Ey, habe ich Bock drauf. Dann haben wir mal ein schönes Behavior, was super viele Verhalten hat. Denn, das bauen wir auch gleich ein. Denn wir bauen noch hier. Was heißt denn Raten auf Englisch? Pay. Money. Dann nennen wir mal. Six months. So, dann machen wir jetzt hier. Was hier jetzt cool ist, denn wir machen jetzt hier Gitarre. Und das nennen wir jetzt Six months. Und das nennen wir jetzt zum Beispiel All. Und jetzt ist hier die Idee, dass wir jetzt, warte, müssen wir ganz kurz rechnen. 500 durch 6 sind 83 Euro. Mit Zinsen 85 Euro zahlen wir jetzt hier. pro Tag Gitarre in Raten kaufen. Gitarre Raten. So. Raten in. Oh, der kommt jetzt hier. Das ist viel, viel, viel schöner. Danke. Das heißt In Dull Men's. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Habe ich echt noch nie gehört. Mein Englisch ist so schlecht, Freunde. Aber immer noch besser als von anderen. Ich will diese Gitarre haben. So, ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Ich muss es in Raten zahlen. Danke dir für deinen Input. Danke, danke. So. Das heißt, wir haben jetzt hier, welches Behaviour haben wir denn hier? Pay money six months. Das zum Beispiel gefällt mir nicht. Da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Und das nehmen wir weg. Und das nehmen wir in Stallments. Dann öffnen wir das. Behaviour. Und jetzt können wir hier einstellen, dass wir das Geld immer zahlen für sechs Monate. Richtig cool. Da haben wir das Verhalten auch schon drin. So, und jetzt können wir reject happy. Und das haben wir noch gar nicht drin, dass wir jetzt irgendwie ein Behaviour schreiben müssen, was quasi deinen Mut verändert. GUI Hate Behaviour. Wenn wir in einem Behaviour-System hier geschrieben, das zeige ich euch ganz kurz. Change Mood. So, das zeige ich euch ganz kurz, was wir hier gemacht haben für die Programmierer oder Programmiererinnen unter euch. Denn wir probieren hier eine klare Kapselung von der GUI und von der Logik zu machen. Und was wir gerade hier programmieren, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Aber hier ist im Endeffekt ein Verhalten. Wir haben einen Controller und der Controller hat verschiedene Behaviours und die Behaviours bestimmen halt, was passiert. Und das ist quasi ein Zusammenspiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Change Mood reinmache, gehe ich halt hier rein und dann seht ihr quasi, dass das automatisch eigentlich hier reinwandert. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah ja, stimmt. Es funktioniert nicht, weil ich davon noch nicht geerbt habe. Hate Behaviour. Jetzt müsste es theoretisch funktionieren. Jetzt muss er sich das automatisch auch suchen eigentlich, damit ich da keine Fehlerquelle habe und er hat das. Genau, die Idee ist quasi, dass das jetzt ein Verhalten ist. Ich spawne dieses GameObject und dieses GameObject hat dann verschiedene Behaviours, die dann diese Logik ausführen. Zum Beispiel sagt dieses Behaviour, hey, ich halte Geld und ich rechne jede Runde Geld ab. Das sagt, hey, du lebst. Ich lebe aber nur für eine Runde, also wird es nur einmal abgerechnet. Und das sagt, hey, ich ändere meinen Mut. So, jetzt rejecten wir es ja, dann kommt das natürlich raus, denn wir zahlen ja kein Geld. Wir zahlen im Endeffekt mit Mut, denn hier wäre jetzt der Text, ich habe das Geld, ist es nicht wert. Ich, schade, so ein bisschen traurig soll das sein. So, was wir jetzt aber tun, ist halt, dass das Behaviour definiert, was passiert bei Execute und was passiert, was ist der Effekt, der dann später steht, Return und das schreiben wir dann quasi gleich. Und jetzt ist die Idee, dass wir jetzt hier reingehen und jetzt hier Private Mood, ich glaube, es hieß eh Mood, genau, Mut und das ist der Mut, den wir schenchen und das kommt jetzt Private, Serious Feet, Private, müssen wir irgendwie einstellen, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Wir machen einfach mal, damit ihr auch was seht, Private Mood, Positive, ist nicht so schön, es ist Default of True, kann man später noch mal schöner machen als I-Namen oder sowas in der Richtung, aber erstmal machen wir es so und dann Private Load Value und da geben wir eine Range an von 0 bis 1. So, und Execute sagen wir jetzt GameHändler, Punkt Instant, Punkt Get Player, ich weiß nicht, ob wir es schon eingebaut haben, Mood, Change Mood Value haben wir schon, geiles Ding, man hätte ich nicht gedacht, und dann fügen wir quasi hier unseren Mood ein und dann unser Value und dann sind wir fertig. Das ist das, cool, dass diese Behaviour jetzt eigentlich super, 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 super simpel sind. Veränderung und dann ist hier der Text und dann machen wir hier Mood. Ich bin gespannt, das wird ein großes Event, was wir gerade aufbauen. Mood.toString für und dann hier Value. und dann sind wir hier fertig. Hey, warum machst du mich so ein Internal? Achso, das ist ein dummer Fehler. Ah, okay. Wir haben jetzt ein Execute und dann sind wir fertig. Wir müssen nichts weiter tun, denn alles passiert automatisch. Wir müssen nur einstellen, hey, wir wollen jetzt, dass dein Happy negativ beeinflusst wird um 0,2. Squid To Ends. Oh Gott. Squid Turns. Squid To Ends. Dankeschön. Hat uns schon geholfen hier. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Unser Happy Zustand verändert sich jetzt um 18 für eine Runde und wir kriegen, das Geld ist es nicht wert. So, das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir zurück in unser Fade Event gehen und das ist jetzt unser Gitarren Event, denn hier haben wir drei Effekte, Freunde. Das ist einmal das Money, dann einmal das, nee, das war nicht, das ist das Accept Money, dann ist es das in Raten zahlen oder das Rejecten und wir haben als Voraussetzung, dass wir den Target Job benötigen und das ist so und das war es eigentlich meiner Meinung nach. Es müsste jetzt theoretisch funktionieren, das heißt, wir gehen in das Fade rein, machen dieses Gitarren Event, das sieht gut aus, die neue Gitarre, so heißt das Event und es war durch, Freunde, es müsste funktionieren, das heißt, wir hüpfen jetzt hier rein, machen dieses, nicht dieses Musiker Ding, sondern das Gitarrending ziehen wir hier mit rein und dann müsste es funktionieren. Da haben wir das Event mit drei verschiedenen Möglichkeiten, die unterschiedliche Auswirkungen haben können, das heißt, wir suchen uns wieder mal einen Job. So, wir haben das Geld, jetzt hier Musiker, sind Musiker geworden, hier ist Musiker, Mut ist 40, merken, merken 40, wichtig, super wichtig, es geht los, das Konzert, wir kriegen Geld, das Konzert, wir kriegen Geld, neue Gitarre, du gehst schittig durch die Stadt und kommst an einem Musikladen vorbei. WTF, das ist die neue Harrison Barry Gitarre, absolut selten, die musst du haben, das Brei Shit sagt 500 Euro, ich will die Gitarre, minus 500 Euro, ich habe nicht genug Geld, ich muss den Raten zahlen, da haben wir noch einen kleinen Fehler drin, das müssen wir machen, das Geld ist es nicht wert, ich schade. Wir nehmen erst mal das hier und gucken, ob das funktioniert. Okay, ich habe es plus gerechnet, aber ja, es hat funktioniert, wir haben unseren Mut verändert, wir sind happy geworden, dass wir sie nicht gekauft haben. Das heißt, wenn das Event nochmal auftaucht, wir kaufen die Gitarre, minus 500, funktioniert, und da kriegen wir Geld und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert, denn ich müsste jetzt 80 Euro verlieren. Okay, da ist noch ein Fehler drin, aber sonst funktioniert eigentlich alles, denn wir haben unsere Gitarre und dann haben wir diese Logik hier. Ich habe nicht genug Geld. Okay, hüpfen wir mal rein, was unsere Logik hier sagt. Hä, habe ich das genau falsch gemacht? Accept Money? für 1 und das Installment ist doch für 6 Runden. Ah, hier kriege ich das. So, jetzt muss es funktionieren. Das war falsch referenziert. Ja, und dann zerstört er das nach 6 Runden. Das heißt, 6 Runden verliere ich so viel Geld. Das müsste jetzt funktionieren, oder? Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen das Ding hingekommen. Gucken wir uns das nochmal an. Das heißt, ich habe jetzt hier, ich bin Lehrer, ich bin Bestatter, ich werde Musiker, habe die Anforderungen nicht. Jetzt habe ich die Anforderungen, bin jetzt Musiker. Jetzt kommen die Events. Konzert, ich bekomme Geld. Konzert, ich bekomme Geld. Neue Gitarre. Ich habe nicht genug Geld, ich muss einen Raten zahlen. Da, minus 85. Gucken wir drauf. Minus 85, Finanzen, Gitarre raten. Geiles Ding, funktioniert. Gitarre raten ist das. Und das heißt, ich will, jetzt verliere ich immer 86, 86, 86, 86, 86, und das ist weg. Geil, sechs Monate funktioniert. Wo ist die Berechnung für die 6 mal 6? Das ging mir zu schnell. Das habe ich eigentlich ganz tricky gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich zahle die Raten, also, und das sind nur 85. Da gebe ich direkt, das habe ich nicht so schön gemacht. Quasi, die neue Gitarre kostet 500, und ich habe einfach gesagt, du kannst es in Raten zahlen, und da musst du 85 zahlen pro Monat. Und das habe ich quasi, Mood Requirements, das habe ich quasi, oh Gott, ich checke hier auch langsam nicht mehr durch, hier. Und das habe ich hier eingeschrieben, dass ich einfach hier sage, das ist mein Behavior, wo ich einfach sage, hey, hör mal zu, du zahlst deine Raten, und die Raten sind quasi 85 pro Monat, und das für sechs Monate. Weil, und das ist halt auch, so zeige ich mal ganz kurz, der Fade Controller, der updatet sich immer jeden Turn nur. Also, er sagt, alle diese Behaviors, die da drunter liegen, werden immer nur pro Runde geupdatet. Das mache ich, indem der Controller, der hat die ganzen Behaviors hier drin, und er sagt, und Start klingt er sich quasi hier in den Turnmanager ein, und immer wenn der Turnmanager sagt, hey, die neue Runde ist rum, executet er alle seine Behaviorkinder. Und genau, so habe ich das gelöst mit dem Controller, dass ich quasi rundenbasiertes Spiel habe indirekt, dass der Controller da immer alles updatet. Genau, und jetzt haben wir da ein ganz cooles Event drin, und jetzt können wir nochmal alle Events reinbuddern, die wir insgesamt haben. Genau, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig, oder auch wenn ihr Input habt, fragt, hey, warum machst du das so, ich würde das anders machen, diskutiert mit mir, denn ich bin bei weitem nicht perfekt, und ich löse die Probleme so, wie ich sie gerade denke. Wir hauen mal alle Events jetzt hier rein, also guck mal, wie viele Events wir schon haben, geiles Ding. Okay, dann drücken wir mal Play, und jetzt haben, nee, wir haben alles auf 1, das heißt, jetzt poppen immer Events, wir wollen mal eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 haben, also 20 Prozent, dass ein Event droppt. das würde ich auch nochmal ändern, dass jedes Event eine eigene Wahrscheinlichkeit hat, und wir fangen einfach mal an zu spielen. Thomas 18, männlich Single, und wir spielen einfach mal. Oh nein, ich bin im Minusbereich, ich muss mir einen neuen Job holen. Oh, Lehrer ist cool. Ich habe eine Absage bekommen. Jetzt war die Idee, dass natürlich der ein bisschen ausgegraut wird, dass ich jetzt für zwei Monate nicht mehr anklicken kann, oder so, aber ich werde jetzt Bestatter, da wurde ich angenommen. Das heißt, ich bin jetzt Bestatter, und ich verdiene jetzt ein bisschen mehr Geld, und zwar mache ich jetzt Plus, und zwar verdiene ich 2.100, hier war auch nochmal schön, eine Summe am Ende hier hinzuschreiben, machen wir auch noch. Okay. 20 Prozent, es kommt kein Event, dann kaufe ich mir einfach mal ein Auto, das kostet 2.500. Blup, jetzt habe ich ein Auto, und jetzt ist hier mein K drin. Das heißt, ich könnte ja theoretisch, Programmierer wären, dein Auto habe ich, Fitness brauche ich 0,5, das habe ich noch nicht. Das heißt, jetzt könnte man gucken, wie kriege ich mein Fitness hoch, und hier wird zum Beispiel hoch, schön, dass hier noch ein Fitnessstudio wäre, oder so, oder dass irgendwie Angebote hier wären, dass ich hier durchklicken kann, zum Beispiel könnte ich hier, die Stadt mir anschauen, oder ich mache es hier oben, mal gucken, dann könnte man hier oben sagen, alles klar, hier sind Autos, Immobilien, irgendwie in der Stadt, oder so, was gibt es in der Stadt zu kaufen, und so weiter, und so fort. Ich will mal ein Event haben. Hallo? Hallo? Na gut, ohne Events, das spielt ziemlich langweilig, ne? 0,2. Fitness als Voraussetzung für Programmierer, das war der Gag, man. Ja, man, das passt nicht ganz. Was wollen wir denn als Voraussetzung nehmen für Programmierer? Was denkst du denn? Ich glaube, auf jeden Fall, ein Skill als Voraussetzung wäre sehr wichtig. Ich glaube, das haben wir gerade noch gar nicht drin. Warum funktioniert das hier eigentlich gerade nicht? Jetzt funktioniert es. Scholz spendiert. Scholz geht rum und gibt uns Geld. Okay, das nehmen wir. Wir suchen uns einen neuen Job. Ich habe eine Absage bekommen. Das funktioniert aber. Ich bin Bestatter. Scholz geht rum. Ja, Geld vom Staat nehme ich. Meine Oma ist gestorben. Deine Oma ist gestorben und hat dir Geld vererbt. Deine Schwester kommt auf dich zu mit 21 Kindern auf den Arm und bittet dich, ob sie das Geld bekommen kann. Ihr geht es nicht gut und ihr Mann hat sie heute verlassen. Ihre Wohnung wurde gekündigt. 20 Kinder sind krank und sie hat zu viele Spielschulden. Ich brauche das Geld nicht. Meine Schwester braucht es dringender. Rate ihr zur Privatinsolvenz. Ich brauche dringend das Geld. Scheiß auf meine Schwester. Wir geben es natürlich unserer Schwester. Meine Oma hat mir 150 gegeben und ich habe meiner Schwester 150 gegeben. So. Meine Oma ist nochmal gestorben, weil ich habe zwei Omas. Die kommt nochmal hin und deswegen sage ich, ey, sorry, diesmal nehme ich das Geld. Meine Warnlampe leuchtet. Der ist immer noch fehlerhaft. Warum? Ich habe kein Auto, also kann sie nicht leuchten. Das müssen wir noch fixen. Scholz spendiert. Meine Oma ist schon wieder gestorben. Da sollten wir mal einbauen. Meine Oma ist schon wieder gestorben. Ich habe vier Oma schon gestorben in diesem Run. Meine Warnlampe leuchtet schon wieder. Scholz geht wieder rum. Scholz geht wieder rum. Ja, interessant. So geht das Spiel. Ist die Zusage oder Absage für einen Job zufallsbasiert? Kommen noch Voraussetzungen wie Ausbildung oder andere Skills? Genau, das haben wir eigentlich schon. Guck mal hier, weil wir haben ja Computer Science 2 von 5 und das könnten wir jetzt auch gleich einbauen. Das ist ein schöner Input, weil aktuell finde ich es auch doof, dass hier Fitness steht, da müsste stehen, Computer Science Stufe 2 oder so in der Richtung. Und das bauen wir jetzt ein. Das ist ein schöner Input, weil das stört mich schon die ganze Zeit. Das heißt, wir haben hier Requirements und Requirements sind quasi die Sachen, die wir auch dort benötigen. Denn, oder? Wie machen wir das gerade mit Jobs? Gucken wir mal ganz kurz rein. Programmierer. Programmierer hat Requirements hier und das kommt raus, diese Mood Requirements, denn die brauchen wir nicht. Und warum liegt die eigentlich dort drin? Requirements, die müsste da. Mood. So. Und das nennen wir ganz kurz Requirements. Weil das habe ich jetzt gleich gelöst. Genau. Okay, da machen wir jetzt ein neues Requirements drin. Wir machen jetzt ein Requirement für Requirement Computer Science. Und ich sehe schon wieder ein paar Sachen, die wir refactoren müssen, denn das gefällt mir gerade nicht. Denn wir brauchen hier nicht das. Wir machen hier alles Behavior raus und die werden dann zusammenadiert. Das ist gerade nicht schön, dass wir nur ein Skript haben, was eine Sache darstellt. Das heißt, wir machen jetzt hier ein ein Perk Requirement. So, dann gehen wir hier rein, machen das Erben von Requirement. und dann machen wir die Klassen rein. Dann sagen wir hier, hey, du brauchst einen gewissen Perk. Ich weiß gerade nicht, wie wir gerade mit Perks bei uns im Spiel umgehen, denn es gibt anscheinend hier eine Klasse. Das ist Computer Science. Hier, okay. Das heißt, wir serialisieren hier einen Perk rein. Perk. Und das ist Target Perk. Und dann machen wir hier einen Private Int Level. Und das ist Default auf 1. So, jetzt machen wir den Check. Und ich weiß nicht, ob wir das schon eingebaut haben. Ich vermute nicht. Das können wir dann, deswegen können wir jetzt mal ein bisschen deeper reingehen. Instant Punkt Get Player. Dann gehen wir auf den Player und jetzt Perk. Kann man was? Nein. Gut, dann gehen wir in die Player Cluster mal rein. Dann lernt ihr die auch mal kennen, Freunde. Oder manche von euch kennen die ja schon. Okay, hier haben wir das Interface zu unserem Charakter und mein Charakter hat eine Perk-Liste. Aber er hat nicht eine Stufe. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich auch nochmal refactoren, dass wir sagen, hör mal zu. Ja, ich vermute, wir müssen das nochmal ein bisschen deeper refactoren. Denn der Punkt ist so ein bisschen, was gerade das Problem ist. Wir haben halt einen Charakter, der hat halt einen Perk. Okay, das heißt, die Talente, die er hat. Aber er hat keine Stufe. Und das müssen wir jetzt einbauen, dass er eine Stufe hat. Okay, jetzt gehen wir mal in den Gamehändler rein und gucken einfach mal, wie wir das gerade anzeigen. Oh, nee, weil, andere Idee. Wir gucken woanders nach, denn im Endeffekt, ich glaube, es geht jetzt nicht, weil ich habe einen Compile-Error. Nee, geht. In dem Personal-Vindow hier sieht man ja, dass das hier angezeigt wird. Und ich vermute, dass der Chris ein bisschen hart gecodet hat. der Schlingel. So, gucken wir uns einfach mal das Personal-Vindow an. Das ist hier. Und ich habe das Information-Panel. Und jetzt sind wir hier drin. Hier setzen wir den Namen, Age, Sex, und dann setzen wir aber nicht hier unsere Talente. Das ist dann in diesem Window hier. Auch nicht. Hä? Wo setzen wir das? Sind das einfach nur Debug-Grafiken? Character-Perks. Panel. Panel-Perk-Händler. Da ist er. Da. Zwei von fünf. Guckt euch das mal an. Der Schlingel, Alter, haben wir ihn erwischt. Perk, nämlich das Item, Current-Level und das Max-Level und das setze ich hier einfach nur Debug. Und da steht nicht dran To-Do Refactor. Alter, das ist ja eine Frechheit. Der Chris ist ein Schlingel. Ich sage es euch immer wieder, Mann. Das ist ja gar nicht schön. Wir holen uns den Charakter und von dem Charakter holen wir uns dann alle Perks und iterieren da drüber. Okay. Das ist aber ein super Schritt jetzt, dass wir das refactoren. Denn wir gehen jetzt, wir greifen über den Game-Händler auf den Charakter zu. Dann würde ich einfach mal das ja auch jetzt löschen. Das gibt einen großen Refactor-Schritt, weil ich würde ganz gerne auf den Player zugreifen. Das machen wir hier. Das bedeutet, jetzt müssen wir ganz kurz hier reingrätschen und schreiben GetPlayer und jetzt GetCharacter oder was? Wo haben wir das drin? Haben wir nicht hier? Da ist der GetCharacter. Da haben wir doch. Warum ging das nicht? GetCharacter? Da ist es doch. So, und den Fehler haben wir noch an einer Stelle. hier müssen wir gucken. Ich zeige euch gleich genau das Problem. Ja, das kommt ganz kurz raus, damit wir einfach arbeiten können und wir return einfach hier mal true. So, das Problem ist, was wir jetzt haben. Das hatten wir ganz am Anfang schon und ich erinnere mich, also am Anfang, das war glaube ich vor vier Tagen, und ich erinnere mich, dass ich das so ein bisschen nach hinten geschifftet habe, dass mein späteres Chris sich darum kümmern kann. Wir haben ein Interface geschrieben, wo wir auf einen Charakter zugreifen und das ist jetzt so ein bisschen die Kernessence, die ich so ein bisschen euch zeigen möchte oder die ich selber ausprobieren möchte, weil ich bin super oft schon in Projekten hingefallen, wo ich eine sehr starke Logik hatte und die Daten waren mit drin. Also die Logik hat sehr viel mit den Daten gearbeitet und ich hatte keine Abstraktionsebene dazwischen, zum Beispiel Interfaces. Deswegen ist die Grundidee, die wir hier haben, dass die GUI, die wir programmieren, eigentlich nur mit Interfaces arbeitet und dann kommt die Logik und die Logik nutzt Interfaces, um mit den Daten zu kommunizieren. Interfaces ist quasi hier eine Struktur, die angibt, was gibt es für Methoden und dann gibt es die Daten, die quasi von diesem Interface erben oder es benutzen und somit ihre Datenmanipulation machen. Das machen wir auch, das zeige ich euch ganz kurz. Ich docke das mal für für euch an. So, ich zeige euch das ganz kurz mal, damit ihr da einen Überblick habt, was ich damit genau meine oder ob ihr das auch so seht. Ich bin da gerne offen, wenn ihr sagt, hey, das ist Bullshit. So, meine Idee dahinter ist, ich habe einen Charakter, das ist mir scheißegal, wo das herkommt. Das kann aus der Datenbank kommen. Ich habe in dem Fall Scriptable Objects angelegt. Das sind einfach nur Datencontainer. Und was ich jetzt getan habe, ist, dass ich jetzt dafür ein Interface schreibe, womit meine ganze Logik arbeiten kann. Das heißt, meine ganze Logik arbeitet nur mit dem Interfaces und nicht konkret mit diesen Daten. Weil der Vorteil ist daran, dass wenn ich irgendwann sage, hör mal zu, ich benutze gar nicht mehr die Klasse Character, sondern ich möchte es irgendwie über eine Datenbank irgendwie holen und so weiter. Und dann würde ich einfach ein neues Skript schreiben, nenne das denn Character Datenbank oder so. Und das kriegt das gleiche Interface Character und meine ganze Logik funktioniert. Ich muss nichts ändern, weil nur das Interface sagt, wie darf ich mit dieser Daten kommunizieren. Das heißt, erst wenn ich das Interface verändern würde, hätte es Auswirkungen. Und jetzt sind To-Dos noch dran, also haben wir noch Auswirkungen. So, das ist so ein bisschen erstmal dazu, wie wir das aufgebaut haben. Dann sind wir jetzt im Gamehändler drin und der Gamehändler hat einen Playerhändler, also einen Player. Und da holen wir uns den Character per Interface raus und setzen die Daten hier und kalkulieren halt hier die Daten, um dann wieder abzuspeichern später. Das ist alles so die Idee, die dahinter ist. Das Problem ist gerade so ein bisschen, dass mein Character aktuell nur weiß, hey, ich kann Perks, aber keine Ahnung, welche Stufe und so weiter und so fort. Das fehlt noch und das machen wir jetzt ein bisschen. Das bedeutet, wir gehen in unseren Interface rein, dann gehen wir in unseren Player rein, denn das ist unsere Kommunikationsstattstunde im Spiel, wo wir unsere Daten quasi ein bisschen rausziehen. Und hier schreiben wir uns ein Dictionary, denke ich, wo wir dann auf Perk und dann auf Int mappen. Das heißt, welche Stufe ist das? Und das sind unsere Perks. Aber warte mal. So, und das setzen wir so eigentlich sowas wie eine Wake. Warum bist du denn nicht ganz oben? Alter, wer hat dich hier programmiert? Eigentlich ist meine Code Convention immer, dass die Unity Methoden ganz am Anfang kommen. So, das heißt, wir sind jetzt hier drin und jetzt, was wir jetzt tun, ist halt, dass wir jetzt die ganzen Talente hinzufügen. Das heißt, wir rufen jetzt for each auf von unserem Player, den wir hier oben, oder von so einem Character und der Character hat ja gewisse Perks und die fügen wir jetzt hier hinzu und das nennen wir Item Punkt und wir sagen mal, ja, jetzt ist das, lager ich es gerade ein bisschen aus. Eigentlich müssen wir in den Daten noch machen, dass er rauslesen kann, welche Stufe haben denn deine ganzen Perks. Das lassen wir jetzt mal default auf 1, denn jetzt haben wir es ein bisschen nach draußen gezogen. Wir ändern das gleich nochmal. Das bedeutet, wir setzen alle Perks in dieses Dictionary jetzt ein und jetzt wollen wir natürlich die Perks halt abfragen. Public void ne, public bool check perk und hier übergeben wir jetzt ein iperk und das ist unser Perk und jetzt gucken wir quasi und jetzt nennen wir hier int value und jetzt gucken wir quasi, alles klar, hör mal zu, du hast so ein Dictionary, äh, try get, warte mal, Dictionaries habe ich lange nicht mehr benutzt, also wir müssen jetzt sagen, hey, hör mal zu, wir haben jetzt unsere Perks Punkt try get value und von perk, so war das doch irgendwie, ne, pool result, ne, wie war das nochmal mit Dictionaries, weil die wollen ja irgendwie ein Out haben, das try get hat sich verändert, das OutIntValue, okay, ich möchte mein Value haben, also IntResult ist Default 0 und dann übergebe ich das quasi jetzt hier mit rein, OutResult, Ah, okay, das Problem sagt, er möchte hier ein IPERC haben, das ist klar, das wollen wir ja auch haben und jetzt gucken wir, if return result ist gleich value, das ist Bullshit, denn wir machen das mal ganz kurz, wenn unser way result, das ist jetzt ja der Wert, der gesetzt wurde, durch dieses try get, ich glaube, er wurde schon gesetzt, da bin ich mir gerade nicht sicher, da ist ja eigentlich theoretisch ein Out, das heißt, try get, kann ich da irgendwie drauf zugreifen, ist ja ein Out, und das heißt, der Wert wird theoretisch schon gesetzt, das heißt, result ist in diesem Kontext schon der richtige Wert, das heißt, wenn nicht, dann haben wir es auf jeden Fall nicht, dann können wir false, wenn man result, das Ergebnis, was ich rausbekomme, das ist mein Wert, den ich habe, wenn der kleiner gleich ist, nee, wenn der größer gleich ist, weil das ist ja der Wert, den ich abfragen möchte, dann return ich true, das müsste jetzt so passen, also, result ist quasi, oder player, wir nennen es einfach mal player level, wenn mein player level mein Outcome ist, also das ist jetzt mein player level, den ich setze, und wenn mein player level größer gleich den need value ist, dann return ich true, so, das müsste theoretisch funktionieren, ähm, und das können wir jetzt einfach mal aufrufen, wo wir das eigentlich aufrufen wollten, und zwar im, wo wir das gebraucht haben, das war hier, GUI, Requirements, Target Job, Computer Science, und da haben wir ein neues äh, Requirement geschrieben, und zwar Perk Requirement, das löschen wir, und in dem Perk Requirement wollen wir genau das jetzt hier abchecken, Return, Gamehändler, Instant Player, Check Perk, und dort geben wir jetzt unser Target Perk rein, und unser Level, so, und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz debug mäßig testen, deswegen rufe ich hier einfach nur debug.log.check auf, so, das ist abgespeichert, das möchte ich gerne haben, das ziehe ich einfach rein, jetzt drücke Play, muss noch ein, eine Sache fixen, Instant.get Player, so, okay, ich hoffe es funktioniert, war gerade ein bisschen viel Code, aber ich gucke ganz kurz, ob es funktioniert, null Referenz, ja, ist korrekt, weil wir keinen Perk hier drin haben, jetzt muss es funktionieren, so, dann wir ziehen jetzt hier Computer Science als Perk rein, und gucken, null Referenz, warum kriege ich jetzt, okay, ja, ist richtig, ein Game Manager muss immer erst initialisiert werden, deswegen immer auf ein Start checken, Freunde, nie on the wake auf andere Referenzen zugreifen, sondern immer nur ein Start, true, okay, das ist true anscheinend, okay, dann machen wir jetzt mal drei, das müsste jetzt false sein, false, funktioniert, wir haben unseren Skript richtig geschrieben, das heißt, wir gehen hier rein, wir löschen das, und das funktioniert, das heißt, wir benötigen jetzt Computer Science Stufe 3, damit wir das machen können, und jetzt haben wir noch eine Description, und die ist jetzt wichtig, return, weil das ist ja unsere Kommunikation, return, du brauchst, Target Perk Punkt to String Punkt Stufe, das war der Level, und das war's, so, dann müsste es alles theoretisch schon funktionieren, dann zeige ich euch gleich mal, Freunde, was wir hier haben, bleibt kurz dran, und ich update euch, was wir hier gerade schönes programmieren, denn wir machen gerade einen neuen Job, und das ist quasi unser Computer Science Job, Programmierer, das können wir auch mal Computer Science, nein, ich kann es nicht Computer Science nennen, und da nehmen wir das quasi hier raus, und bauen hier einen neuen rein, und das ist quasi Computer Science Requirements, und das müsste funktionieren, an alle, die neu sind, ich bin Chris, ich bin Spielentwickler, ich entwickle eigentlich ein Open World Rollenspiel, Computerspiel, das heißt, wenn du ein Rollenspiel-Nerd bist, dann bist du hier genau richtig, denn das bin ich auf jeden Fall, ich liebe Pen & Pay, ich liebe Rollenspiele, Arca, Gothic, Morrowind, Skyrim, Witcher, und sowas in der Richtung, und so ein fucking geiles Game möchte ich, programmier ich auch gerade mit meinem Team, wir sind 13 Leute, wir haben bei der Entwickler-WG angefangen, das sind Kai und ich, wir haben vor drei Jahren eine Vision gehabt, und heute sind wir 14 Leute, wir haben eine Firma, ich sitze jetzt hier im Büro, nicht mehr bei uns in der WG, aber die WG existiert natürlich immer noch, und wir entwickeln ein Pixel-Art-Rollenspiel, aber es ist ein bisschen anders, denn wir entwickeln ein Open World Pixel-Rollenspiel, und das habe ich noch nie davor gesehen, und das hat so ein bisschen die Atmosphäre von Gothic, sage ich mal, oder soll es haben. Wir haben auch einen Publisher, das ist Deck 13, und damit begeben wir uns auf die Schifffahrt, Richtung Erfolg hoffentlich, und dass wir ein schönes Spiel mit euch machen können. Was ich aber heute mit euch mache, jeden Tag von 11 bis 13, nur ich entwickle mit euch ein kleines Minispiel, was nichts mit Drova zu tun hat, was aber auch ein Rollenspiel ist, und das ist dieses Spiel, was du gerade hier siehst. Das heißt, Live, Money Bitch, keine Ahnung, wie wir es nennen, auf jeden Fall kann es brutal sein, aber es kann auch lieb sein. Wir sind an Tag 12, das heißt, wir sind noch ganz am Anfang, und danke dir, Obi, für dein Follow nebenbei reingegrätscht. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang bei Tag 12, das heißt, wir programmieren seit 12 Tagen für AK 2 Stunden dieses Spiel gerade. Das heißt, es ist natürlich auch ein Rollenspiel, denn wir sind Thomas, 18, männlich Single, unser Kind heißt Thomas, der Zweite, weil wir einen Perk haben, den es gerade noch nicht gibt, und der heißt Selbstverliebt. Wir sind arbeitslos, wir haben kein Auto, wir haben gewisse Berufe, und wir haben einen gewissen Mutzustand, wie es uns gerade geht. Genau, wir sind aktuell ziemlich pleite, denn wir sind arbeitslos und machen im Endeffekt Minus, das heißt, wir müssen uns einen Job suchen, denn es ist wie ein Finanzplan, müsst ihr euch vorstellen, ein Finanzplan, den man aber spielt, und der heißt Thomas Junior, genau, so können wir ihn auch nennen, das ist witziger, so nennen wir ihn gleich um. Schön, dass es weitergeht mit dem Spiel, natürlich wäre Mut, jeden Tag 11 bis 13 Uhr bin ich hier live und mache das mit euch. Das heißt, wir machen Minus, wir suchen uns einen Job und wir können Lehrer, Bestatter oder Programmierer werden und es scheint zu funktionieren. Du brauchst, ein Auto brauchst du, du brauchst Computer Science Perk Stufe 1. Ja, das haben wir ja, easy. Okay, aber wir haben kein Auto, denn wir sind pleite, das gucken wir mal, wie teuer ist denn ein Auto. Ein Auto, gibt es gerade vier verschiedene Autos, einmal das Ransomle Auto, das Gecko Car und dann noch zwei andere Cars, die du bestimmen kannst, welche Autos sie sind, indem du bei uns auf den Discord kommst und hier gibt es den Medienteilen und da kannst du Bilder reinschicken, Texte reinschicken, Namen für Events reinschicken und ich zeige dir gleich, was das ist. Das heißt, ein Rennsemmel Auto möchte ich kaufen, geht nicht, wir haben nicht genug Geld, wir sind komplett pleite, aber wir haben einen neuen Job bekommen und dann gucken wir mal, wie viel wir damit verdienen. Achso, ja, wir müssen einen neuen Job annehmen. Wir werden Lehrer, leider hast du eine Absage bekommen, fuck, Bestatter, leider hast du eine Absage bekommen, scheiße. Oh, ein Event, ich habe ein Event, meine Oma ist gestorben, deine Oma ist gestorben und hat dir das Geld vererbt, deine Schwester kommt auf dich zu mit 21 Kindern auf den Wamen und bittet dich, ob sie das Geld bekommen kann. Ihr geht es nicht so gut und ihr Mann hat sie heute auch verlassen. Ihre Wohnung wurde gekündigt, 20 Kinder sind krank und sie hat viele Schulden. Ich kann ihr das Geld geben, dann bekomme ich Geld, verliere das Geld, aber ich helfe ihr oder ich nehme einfach das Geld. Und das ist das Spiel, was es so ausmacht, dass es darum geht, Entscheidungen zu treffen, weil das Leben einfach so ist. Es grätscht dir einfach rein und wir brauchen aber das Geld, weil wir sind auch im Minus, es tut mir leid, Schwester, ich nehme das Geld. Scholz geht rum, Scholz geht rum und spendet Money. Ich traue dem Staat nichts oder ich nehme das Geld. Wir nehmen das Geld, wir sind pleite. Komm, neuer Job. Lehrer, Absage, Bestatter. Oh, hat funktioniert. Wir haben einen neuen Job. Wir sind jetzt Bestatter. Nice. Und jetzt, guckt euch das mal an, das Geld fließt, Freunde. Das heißt, wir können jetzt ja langsam probieren, ein Auto zu sparen, aber mein Charakter ist super schlecht in Fitness, das heißt, ich kriege gesundheitliche Probleme. Ich sollte meinem Charakter vielleicht ein Fitnessstudio holen oder irgendwie Sportkurse anmelden und so geht das Spiel halt, Freunde. Und dann gibt es halt Events, die kommen. Wir können ja mal probieren, dass wir das Auto zusammenkriegen. Haben wir. Dann kaufen wir uns das Auto und jetzt sehen wir zum Beispiel Fitness 0, weil er jetzt das Auto hat. Fuck, Mann. Und dann muss ich halt gucken, jetzt kriege ich zum Beispiel Effekte, die nur triggern, wenn eine gewisse Mood negativ ist. Zum Beispiel Fitness ist 0, kann ich zum Beispiel machen, oh, du hast so Rückenprobleme, deine Gesundheit geht runter und so weiter und so fort. Und so baut sich das Spiel halt immer weiter auf. Und dann gibt es immer noch verschiedene Events, die eintreten können. Ich wurde geblitzt. Nein, ich habe ein Auto jetzt und jetzt können natürlich Events kommen, dass ich geblitzt werde. ich verliere 120 Euro. Und das steht natürlich hier drin. Ich muss es schnell zur Reparatur bringen, obwohl das unlogisch ist. Die Warn, genau, du fährst mit dem Auto und eine Person neben dir erwähnt, dass die Warnlampe leuchtet. Das ist kein gutes Zeichen. Nochmal zur Werksstadt. Scheiße, Mann. Scholz geht rum und spendiert. Ich eine neue Gitarre. Das ergibt keinen Sinn. Warum kriege ich diesen Fehler? Das muss ich nochmal machen, weil da geht es darum, dass ich durch die Stadt gehe. Und wenn ich Musiker bin, soll das eigentlich nur triggern, wenn ich Musiker bin. Das bedeutet, dass ich jetzt eine Gitarre kaufen kann und ich kann hier eine Gitarre direkt kaufen oder ich kaufe sie in Raten. Sprich, man muss sich 85 Euro für sechs Monate bezahlen oder ich kaufe sie gar nicht und dann verliere ich halt Happy. Und jetzt bin ich in Happy halt voll schlecht. Das ist die Spielidee. Bumm. Wenn wir arbeitslos sind, sollten wir aber auch weder Kirchensteuer und Steuer zahlen müssen, oder soll es arbeitslosen Geld oder so geben? Ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Das ist halt super, super schwer, das zu kalkulieren. Alleine Kirchensteuer zu berechnen ist schon super, super schwer. Genau, im Endeffekt müssen wir den Steueransatz definieren vom Gehalt und davon die verschiedenen Kirchensteuer berechnen und arbeitslosengeld zahlt keine Steuern. Da sprechen wir auch, dass das ein D ist von dir. Ense, ja. So, haben wir das. So, dann machen wir weiter. So. Gucken wir mal ganz kurz, wie wir es jetzt weiter machen. Das heißt, wir haben jetzt das eingebaut. Da müssen wir jetzt als nächstes einbauen. Wäre jetzt, dass wir den einen Fehler finden, weil der nervt mich halt super ab, dass wir den einen Fehler finden, wie wir das genau rausbekommen. Moment. So, wie kriegen wir, das Ding ist jetzt, warum ploppt das mit dem Musiker auf? Das checke ich halt noch nicht. Okay. Ich glaube, Engagement 10 von 10. Was meinst du damit? Moment, ich muss ganz kurz schauen. Na klar, mein Freund, Mann, das ist ja genau das, was ich ja machen möchte. Und das ist genau der Call, den ich euch sagen möchte, weswegen ich auf Twitch bin, dass Spielentwicklung quasi funktioniert, indem man mit Leuten etwas tut und zusammenarbeitet. Denn es ist nicht nur Programmierung, denn dann, ich möchte ja mit euch zusammen ein Spiel haben und mit euch ja Spaß haben, deswegen finde ich es super cool. desto mehr ihr euch hier einbringt, desto mehr baue ich eure Sachen auch ein. Und ich probiere alles hier erstmal zu notieren und dann zu filtern, was ihr hier aufschreibt. Genauso, was ich auch noch meine, ihr könnt auch selber hier Grafiken hochladen im Discord, bei Medienteilen oder Events-Ideen könnt ihr hier aufschreiben und dann baue ich die ein. Zum Beispiel, das ist hier von GrammarBoy97 die Idee gewesen mit den Musikern und durch Konzerte kannst du Geld verdienen, das habe ich heute eingebaut. Und das finde ich super, super cool. Und das finde ich auch super cool, dass du ein Event bekommst, dass du eine Kündigung bekommst, aber du erhältst eine Abfindung. Klingt halt voll brutal, aber können wir auch einbauen. Okay, ich habe gerade noch eine kleine Fehlerquelle, die mir gerade aufgefallen ist. Und zwar war das hier im Personal Window nicht. Es war im Gamehändler auch nicht. Perk Requirements auch nicht. Okay, es war irgendwie im Personal Window hier, wenn wir hier reingehen, war das unter Perks und da ist ein Perks Panel und das macht on the way, dass es instanziiert, aber das sollte jetzt nur anhand, nicht von dem Charakter mehr, sondern von dem Perks. Und das müssen wir noch was machen. Und da müssen wir das Dictionary holen. Public Dictionary Public Dictionary Genau, kommt einfach auf uns in Discord und wie gesagt, dort könnt ihr mit uns auch jederzeit schnacken, Ideen und da haben wir auch ganz viele Updates zu unserem Hauptspiel und wir haben auch gerade, gerade ist die Season aber vorbei, die nächste Season arbeiten wir aus, hier gibt es ein kleines Minigame, was wir programmiert haben und da ging es darum, diese Stadt aufzubauen. Das ist so ein kleines Idol-Game, wo ihr Ressourcen verdienen müsst, um diese Stadt halt aufzubauen und das hat super viel Spaß gemacht. Das war eigentlich geplant für einen Monat, aber ihr habt es alle in einer Woche geschafft. Ähm, ja. Ziemlich cool. Oh, ein Moderator hat was gelöscht. Wer war das denn? Das interessiert mich mal, welcher Moderator ist denn gerade hier drin? Ist das der Thomas? Das stimmt der Thomas, wette ich. Äh, Get Perks. So. Da haben wir jetzt diese Perks, die returnen wir. Ah, es war Johannes. Ach so, die Entwickler-WG selber war das. Nice, danke dir. Ich habe nicht rausgekommen, wie ich es kriege. Wollte nur diesen einen Nachricht löschen. Super gemacht. Support hier von meinen Leuten. Ich glaube, das wäre schon der Thomas gewesen. So, wer mit dir unsere Get Perks? Perks. Die holen wir uns jetzt. Jetzt müssen wir, und das mag ich immer nicht und ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich über ein Dictionary iteriere und ich weiß nicht, ob man, und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass man da ein schlechtes Gewissen haben muss, denn die Idee ist ja, wir haben ja unten hier diesen GUI-Perk-Händler, der völlig falschen Namen hat, das wäre auch nochmal ganz kurz Refact, dann sind wir einfach WorkPanel WorkPanel.cs und dann nehmen wir das auch nochmal um. So, und jetzt hier iterieren wir jetzt quasi jetzt über Get Children, nicht Character, Ich will doch gar nicht meinen Character haben, doch, ich will meinen Player haben, Freunde, ich will meinen Player haben und dann iteriere ich quasi über alle Perks. So, und dann instanziere ich es und setze es. Kann ich jetzt hier Key aufrufen? Das ging doch früher. Genau, und das das ist jetzt Item.Value und das ist mein Maximum, das müsste jetzt funktionieren, das heißt, ich setze jetzt alles auf die richtigen Werte, die ich eigentlich initial auch habe. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, eins. Perfekt. Und mein Job hat jetzt hier, ich brauche Computer Science Perk Stufe 3 und ich habe gerade eins nur. So, okay, jetzt wollen wir, das können wir auch ganz kurz mal einbauen, schaffen wir das noch, dann haben wir das noch Schönes. Jetzt wollte ich mit euch aber einbauen, dass ich jetzt meine Perks verbessern kann. Und da gibt es jetzt hier ein Prefab, das wir ganz kurz hier mal reinziehen und das ist das hier. Computer Science und das instanziiert dann hier und jetzt wollen wir hier noch einen Button einführen. Das heißt, wir openen das Prefab einfach hier mal und wir nennen das jetzt noch hier GUI ein Button. Ich finde den immer nie, der ist da. Und das wollen wir machen, dass wir das ganz kurz ableveln können. Das heißt, wenn wir den Button klicken, kriegen wir ein neues Level. Erstmal ganz simpel, aber simpel mag ich. So, das heißt, wir machen erstmal hier das schön, genau, das wird serialisiert, das ist hier kompletter Bullshit, das kann ich nicht serialisieren, weil es ein Interface ist und der Current Perk, den setze ich, aber nutze ich nicht. Das heißt, wir können ihn auch löschen, wenn wir ihn nicht brauchen, erstmal. Und jetzt gehen wir hier rein und jetzt sagen wir, wir wollen jetzt diesen Button haben. Drei private, private Button und das ist mein Level Up Button. Level Up Button. Der kommt später raus, weil der braucht später halt Geld. Wir müssen später halt Geld zahlen, dass wir gewisse Sachen upgraden können. Das heißt, wir greifen hier mit Init OnClick Add Event Listener Level Up Button Klickt Listener Das ist quasi das Event und ich mache gerne Buttons immer per Code und nicht per Unity, einfach weil ich sie auch zur Laufzeit instanziiere sehr gerne und weil ich einfach die komplette Kontrolle über den Button haben möchte. Das heißt, das lagern wir auch mal ganz kurz in Funktion aus. Instantiate Instantiate Images Dann kommt das quasi hier hin. Das ist ein bisschen schöner aufgeräumt und das ist unser Max Level Achso, ja, Int Max Level dann geben wir hier Int Max Level und übergeben wir das mal ganz kurz und dann machen wir hier auch nochmal Private Void Set Images und da gehen wir auch drüber und lagern das auch raus schön in Funktion, dass wir hier oben schön was Cleanes haben und da brauchen wir das Current Level brauchen wir dann Ja, das brauchen wir Ja, das brauchen wir So, haben wir das ein bisschen schöner aus, hat mich ein bisschen gestört hier, das sah nicht so schön aus Bin ich denn überhaupt hier richtig? Ich habe ein Anchor, ich instanziere die ganzen Images und ich habe meinen Perk und hier instanziere ich das Ah ja, ich bin richtig, jeder hat einen eigenen Panel Okay, 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 alles richtig Alles richtig Das heißt, wir müssen es aber zwischenspeichern I Perk Wir nennen das jetzt Target Perk Das müssen wir uns zwischenspeichern denn das ist doch relativ wichtig weil wir damit dann gleich arbeiten müssen Ich zeige euch gleich genau warum So Denn jetzt wollen wir diesen Perk hier nutzen Jetzt wollen wir den Button klicken Ich klicke drauf auf den Button und dann möchte ich, dass das um ein Level ab höher geht Das heißt Target Button Und das kommt jetzt gleich wieder sehr, sehr, sehr Wirrwarr raus weil wir müssen der Logik Bescheid sagen Die Logik muss bestimmen Hey, darf ich das updaten und dann erst funktioniert es Weil die GUI ist dumm Das heißt Oh, Community Herausforderung wurde zu 95% Alter, das waren ja 100.000 Was wird da Wie viel Zeit habt ihr dafür noch? Noch drei Tage Alter, das schafft ihr, Mann Richtig geil Gothic Bingo Spiel mit an Gothic Bingo Gothic ist das Spiel Warum ich mit Spielentwicklung angefangen habe Übrigens Das war das Spiel, was mich inspiriert hat Wieder mal ein Spiel zu erschaffen Was so Gothic Gefühle hat Ich weiß nicht, ob ihr Gothic kennt Aber Gothic war meine Inspiration Nummer eins Oder ist es immer noch Warum ich mit Spielentwicklung angefangen habe Und jetzt müssen wir hier den Button setzen Der Button ist hier gesetzt Dann müssen wir theoretisch Gamehändler Instant Punkt Perk Händler Gibt es sowas? Ja, ich kenne Gothic Alter, geil Vor allem Gothic 1 und Gothic 2 natürlich Gothic 3 war natürlich dann nicht mehr so cool Und dann kamen ja die Risen-Teile alle raus Von den Piranha Bytes Die fand ich persönlich auch ganz cool Und Elex hat mich sehr leider nicht mehr abgeholt Aber natürlich habe ich die Leute supported Weil Piranha Bytes ist ein geiler Laden Denke ich Und ich finde es cool, dass sie so ihren Traum leben Deswegen finde ich sie auch von der Firma Eigentlich sehr, sehr, sehr Inspirierend Was sie so tun Und weil darum geht es mir halt auch Ich möchte mit uns in der Firma Halt so ein Space schaffen Dass wir tun können, was wir wollen Und dass wir so zusammen Spaß haben Ähm Warum kann ich denn Activate Window machen? Achso, ja, okay Das ist ein anderes Activate Window Ähm, da müssen wir auch nochmal auslagern Ich will jetzt irgendwie auf den Perkantler kommen Aber ich bin noch so zwiegespalten Äh, Fumbling to Glory Danke Danke für dein Follow Willkommen bei uns Genau, wenn euch das gefällt Und ihr das cool findet Lasst auf jeden Fall mal ein Follow hier Würde mich super, super freuen Denn, äh Wir, ich bin jeden Tag von 11 bis 13 online Und wir programmieren ein bisschen Aber ich bin auch Dienstag und Donnerstag Ab 20 Uhr live Und da zocken wir ein bisschen was zusammen Aber wir zocken nicht einfach so Hey, ich spiele und ich labere so ein bisschen Sondern ich spiele Und probiere mit euch zu interagieren Euch Fragen zu stellen Was findet ihr darüber aus Spielsicht Weil ihr seid alle auch kleine Designer Oder Designerinnen Denn, ähm Ihr seid relativ erfahren Was zum Beispiel Spiele angeht Obwohl ihr es gar nicht wisst Und deswegen ist mir da Finde ich es ganz spannend Mit euch zu reden Über gewisse Features Was haltet ihr darüber Würdet ihr es auch so einbauen Findet ihr das doof Und da, äh Gucken wir uns ein paar Spiele immer an Äh 3 war auch cool Er war sehr verbuggt leider, ne Freue mich, dass noch andere spenden Sonst wäre alles umsonst gewesen Nice BOF Ihr kriegt das locker voll Ich bin ja morgen auch wieder live Übermorgen auch Heute Abend ist Sky live Ich glaube, heute Abend ist das durch Ich mochte Risen früher sehr Inzwischen ist mir aufgefallen Dass ich nur so die ersten zwei Kapitel mag Fraktion anschließend Beta kund Und es danach recht repetitiv wird Mit den Ruinen Das ist der Punkt Das finde ich so cool Weil so geht es mir genauso auch mit Gothic Und wir probieren es bei uns im Spiel anders zu machen So geht es mir genauso Das ist so spannend Weil ich finde es auch super nervig Auch bei Gothic fand ich damals so Bei Gothic ist das coolste Die Welt kennenzulernen Aber dann wird das Spiel arschlangweilig Ganz ehrlich gesagt Und wir probieren es anders zu machen Und wir haben da eine Lösung für gefunden Die wir denken Dass sie funktionieren könnte Und ich bin super gespannt Ob sie funktioniert Ich habe im Kopf kurz überschlagen Ob die eine Million erreichbar sind Und dann mich fürs Bingo entschieden Ja, die eine Million ist eigentlich auch so ein Gag Ich glaube, die eine Million ist fast unmöglich Ich war aber letzte Woche War ich 35 Stunden, glaube ich, online in Twitch Also letzte Woche war ein Wickler-WG 35 Stunden online Sagen wir mal 20 Stunden Durchschnitt Weiß ich nicht, ob es möglich ist Ich habe Gothic 3 erst sehr spät gespielt Mit dem Community-Patch Und damit lief es sehr gut Ja, okay, da gebe ich direkt Ich habe es damals noch gespielt Als es die Wildschweine gab Die dich gewonshottet haben Das war super frustrierend Ich glaube, halbes auf dem guten Weg dahin Echt? Ich denke, halbes Ziel ist das Das wäre ja cool Wenn er es schafft So, wir haben keinen Perk irgendwas Das stört mich gerade hier so ein bisschen Dass wir sowas gar nicht haben War der Player das? Der Player hat das, ne? Ja, der Player hat die Perks hier Perk, Check Perk, Get Perks Und jetzt müssen wir hier Set Perks Und jetzt müssen wir sagen Was für ein Perk Das haben wir uns jetzt gespeichert Das nennt man Target Perk Ja, okay Increment Perk Gucken wir mal, ob es funktioniert Hüpfen wir mal rein Jetzt wollen wir sagen, dass dieser Perk Den holen wir uns jetzt Dann nehmen wir das gleiche hier nochmal Was wir jetzt tun ist, dass wir das hier alles wegmachen Wir holen uns jetzt den Perk Ne, wir wollen jetzt den Perk Okay, try Aber nicht da Sondern wir wollen über die Perks Ich bin noch ein bisschen verwirrt von den Dictionaries Muss ich ganz ehrlich sagen Diesen Try Get Weil es fühlt sich immer so schlecht an Weil dadurch, dass ich ja ein Try Get mache Fühlt es sich an, als ob ich Wenn ich jetzt nicht Try Gette Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wert nicht bekomme Dass dann hier alles umsonst war Aber so ist es halt So, wir holen uns jetzt den Wert Wir haben diesen Wert Das heißt, wir wissen, es gibt den Das heißt, wir können auch auf Perks Direkt, glaube ich, zugreifen Auf Target Perk Und setzen den Value auf ASD Machen hier ASD Plus Erstmal nicht so schön geschrieben Aber ich weiß erst mal, ob es funktioniert So, wir setzen den Und das müsste eigentlich jetzt funktionieren Und jetzt machen wir hier To-Do Interface And Calculator Wir müssen da jetzt ein neues Interface Eine neue Klasse zuschreiben Die sich um die Berechnung der Sachen tut Wird schwierig bis zum Release Äh, echt? Noch 15 Monate Entwicklung Eine Million Punkte Circa 67k Punkte Pro Monat Ich würde sagen Wird schwierig bis zum Release Ist es wirklich so schwer? Hast du es durchgerechnet? Wie viel kann man denn kriegen Wenn du 20 Stunden online bist Plus, dass wir noch Events Und so weiter aufziehen Aber, ja Ich meine Das ist ja auch Just for fun So, ich bin jetzt mal ganz gespannt Ob das jetzt funktioniert Ähm Ich weiß gar nicht Wie ich das gerade testen kann Oh Gott Das ist gerade ein bisschen deeper Oh Ich dachte, ich wollte Was Kleines jetzt noch machen Dass wir so ein bisschen Spaß zusammen haben Ist hier eine Liste Eine Liste von Images Das sind die Skill Level Level Up Oh, fuck man Das ist noch Warum ist das jetzt so kompliziert? Dann gehen wir da So, da ist jetzt dieser Button Der Button funktioniert Die Frage ist, ob das jetzt die Logik tut Und das können wir ganz kurz rausfinden Indem wir einfach Hier reingehen Und einfach schauen, ob das jetzt funktioniert Und einfach schauen, ob das jetzt funktioniert Also ein bisschen Okay, dann gehen wir da raus So Gucken, ob es funktioniert Ich habe keine Ahnung So Gucken, ob das mal funktioniert Ich gehe auf Person Ich klicke auf den Button Und er springt hier rein Er sagt Was ist jetzt mein Perk Perk Count ist gleich 4 ASD ist gleich 2 Ja, funktioniert Das heißt Ich gehe jetzt Nicht öffentlich Cool Hat funktioniert Okay Hat funktioniert Dann müssen wir jetzt hier reingehen Und müssen jetzt hier ein Event reinschreiben Public Generic Event Und das nennen wir Perk Perk Level Changed Event Und das kriegt jetzt Perk Changed Axe Und das ist gleich New Und da machen wir jetzt hier unten Und da merkt ihr Wir werden das gleich nochmal Und nennen das jetzt hier Public Wir machen es mal Perk Perk Und dann nennen wir hier Public In Level Dann machen wir hier raus noch ein kleines Konstrukt Und dann haben wir das Und können jetzt hier oben Quasi das Event nehmen Und das Event können wir dann hier Rays invoken Und dann invoken wir das Event Und zwar mit Perk An Target Perk Greifen wir nochmal darauf zu Es hat glaube ich Den Dictionary Aufwand Ist glaube ich von O von 1 Deswegen ist das glaube ich Gar nicht so problematisch Und das übergibt den Value Ah ne 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 Okay ich try to get es Das ist ja Bullshit was ich hier tue Das muss ich nur tun Und hier muss ich nur den Target Perk eingeben So dann haben wir hier von uns ein Dictionary So So Müsste funktionieren Okay 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 Funktioniert Okay Wir erhöhen Unseren Value Und schreien dann Event Und das alles hier Muss geoutsourced werden In ein Interface In ein Calculator Der definiert Also wir einfach nur mit dem Interface hier arbeiten Okay Das funktioniert dann ohne Probleme Jetzt haben wir das Event in Ray Jetzt haben wir das Event Jetzt müssen wir uns das Event halt noch einklinken Und da würde ich mich nicht hier gerne einklinken Sondern ich würde mich gerne hier einklinken Dass er Deine ganzen Instances updatet Und da müssen wir halt Oder sollen sich Ah Ne ich will Ah Ne wir machen es hier Private Und dann kriegen wir hier verschiedene Instanzen Ich weiß gar nicht was es sind Das sind GUI Perks Und die wollen wir uns jetzt Nochmal merken Perk Instances Und die wollen wir jetzt hinzufügen Damit wir dann auch die Clean up können Und Darum geht es so ein bisschen Und jetzt haben wir noch hier On Awake Haben wir jetzt ein Event Und das werden wir jetzt zu Start nennen Und quasi der Karak da hat ein Event Und das Oh Mann Ich muss mich beeilen Wir haben noch 8 Minuten Ah Komm Chris Gib alles Wir ballern Add Listener Perk Level Changed Listener Okay komm Wir ziehen durch Komm Ballern So jetzt gehen wir hier rein Und iterieren über alle Unsere Instanzen Quasi Perk Instances Und jetzt schreiben wir hier noch eine Methode rein Dass wir wissen was wir halt für ein Perk haben Public 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 Iperk Get Perk Und dort Return wir quasi das Target Perk Das ist ein Zeitdruck alter Oder Zeitdruck programmieren Das ist das schönste was es gibt Hatten wir ja heute das Thema Ne Meint ihr ja Nervosität Geht Druck Geil Mann So wir sind hier drin Und jetzt gucken wir If Jetzt geht das Ding was wir abgelesen Ist If Item Punkt Get name Geht nicht Warum geht das nicht Ah ja Item Perk Get perk Punkt get name Ist gleich Arc Punkt 0 Punkt get Geht auch nicht Ähm Perk Punkt Get name Wenn die gleich sind Bin ich in dem gleichen Dann muss ich die Instance Instance Also Item Punkt Update Update Perk Level So und hier übergeben wir jetzt rein Äh Die Stufe Arc 0 Punkt Level Weil Jetzt haben wir eine klare Trennung Von der GUI Eigentlich ist es total Man denkt immer Oh es ist voll bescheuert Weil hier Raise ich das Event Und dann komme ich nach Vielen hin und her Hier wieder an Der Vorteil ist daran Aber Freunde Dass die GUI halt Komplett Dumm ist Und das heißt Wir machen hier nochmal Instantiate Und ich Na ich muss es dann Clean up Fuck Ich habe es nicht gespeichert Oh Gott Das müssen wir nochmal Schöner aufräumen Weil wir müssen uns das Theoretisch alles Abspeichern Äh Jetzt müsste ich Set Images Und dann einfach Level geben Dann müsste es Funktionieren Kann sein Dass ich gerade noch Farbprobleme bekomme Weil ich das davor noch Äh Färben muss Aber eigentlich müsste es Jetzt gehen Äh Es wirkt immer sehr Wirrwahr Weil im Endeffekt Sagt die GUI Bescheid Und bekommt wieder Bekommt dann von der Anderen Seite auch Wieder Bescheid Also es wirkt einfach Ob man hin und her Referenziert So eine Art Also hin und her Schreit Aber es ist eigentlich Super super wichtig Weil du da eine klare Kapselung hast Sonst kriegst du die Kapselung nicht hin So Ich gehe in Person Nice Es geht Es geht Es geht Es geht Ich bin jetzt einfach Happy Und ich bin stolz Auf mich Wir haben es geschafft Freunde Ich kann es natürlich Nicht mehr rückgängig machen Aber wir haben jetzt Computer Science Stufe 5 Und wir brauchen noch Ein Auto Dann können wir mal Ganz kurz gucken Ob das funktioniert Cool Da habe ich meinen neuen Job Jetzt holen wir uns 2500 Jetzt kaufen wir uns Unser Auto Und jetzt können wir Den Job annehmen Wir brauchen Computer Science Perk 3 Und ein Auto Wir haben es geschafft Freunde Wir haben es geschafft Wir haben jetzt ein Auto Und wir haben jetzt Computer Science Stufe 3 Und damit erfüllen wir Die Herausforderung Für diesen Job Und wir sind jetzt Programmierer Es hat alles funktioniert Ich bin voll stolz Auch voll cool Aber cool Und ich habe eine neue Gitarre Endlich Programmierer Man, wir haben es geschafft Nach 12 Tagen Haben wir es geschafft Programmierer zu werden Und dass wir das jetzt Hochskillen können Ich bin stolz auf uns Es war nicht ganz schön alles Aber es funktioniert Erstmal Freunde So Ich bin für heute durch Ich war um 13 Uhr Sofort ein Meeting Es hat mir super Super viel Spaß gemacht Freunde Ihr wisst Bescheid Ich bin morgen wieder Von 11 bis 13 Uhr live Wenn ihr irgendwelche Fragen Habt oder so Auch zu mir Zu der Entwickler-WG Zu uns das Spiel Kommt auf unseren Discord Einfach Ausrufezeichen Discord eingeben Und hier könnt ihr Unser Spiel wie gesagt Spielen Ihr könnt aber auch hier Medien teilen Könnt über das Projekt So ein bisschen reden Könnt hier Ideen reinschreiben Oder sowas in der Richtung Und vor allem Wenn ihr uns mega helfen wollt Oder uns supporten wollt Könnt ihr unser Spiel hier spielen Das ist umsonst Das kostet nichts Einfach Drohwe eingeben Und wenn euch das Spiel gefallen hat Und ihr uns supporten wollt Findet ihr hier unser Hauptspiel Das ist Forsaken Kin Und das könnt ihr Wunschlisten Und nochmal so ein Call an alle Wenn ihr Indie-Studios supporten wollt Wunschlisten Das damit Es hilft mehr als ein Fünfer Klingt so doof gesagt Aber Wunschlisten ist das Wichtigste Was es gibt Für ein Entwickler-Studio Das heißt Wenn ihr irgendwie dort Leute supporten wollt Auch nicht nur uns Sondern andere Entwickler-Studios Die ihr irgendwie kennt Dann könnt ihr damit Am meisten helfen Es klingt ein bisschen abstrakt Aber das hilft einfach Weil Sichtbarkeit ist das Wichtigste Was es halt gibt Für Spielentwickler Genau Und mit den Worten würde ich Oh Was ist das? Sorry Das war gerade Werbung Die aufgeploppt ist Ja Das ist so eigentlich Was ich so mitgeben kann Was so das Wichtigste ist Ich würde sagen Wir raiden noch hübsch Weil ich muss mich ein bisschen sputen Und wir raiden heute Den schönen Atimus Der ist ein ziemlich cooler Der macht ein ziemlich cooles Spiel Aber ich glaube gerade zockt der ein bisschen Aber da kann man ja auch mal reinschauen Freunde Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche Heute war es ein bisschen Viel haben wir geschafft Ich bin eigentlich super stolz Weil ihr wart heute ein bisschen ruhiger Finde ich auch ganz hart Auch Vorteile und Nachteile Letztes Mal haben wir ja viel diskutiert Aber ich fand es sehr schön Ein paar neue Leute kennenzulernen Wenn ihr noch nicht gefollowt seid Lasst auf jeden Fall ein Follow da Hilft uns sehr Wir bauen uns hier auf Twitch gerade Was schönes auf mit euch zusammen Mit den Worten Habt eine schöne Woche Wir sehen uns morgen Wenn ihr dabei seid Um 11 Uhr Wenn nicht Habt eine schöne Woche ohne mich Ich würde mich aber freuen Euch morgen zu sehen Und morgen programmieren wir weiter Heute haben wir den Musiker einprogrammiert Und mal gucken was wir morgen einprogrammieren Und wie gesagt Wenn ihr irgendwelche Ideen habt Schreibt das hier unten In den schönen Discord rein Und dann würde ich sagen Lasst uns den Raid beginnen Freunde Wir gehen zu Artimus rüber Bestellt Ihnen ganz liebe Grüße von mir Der entwickelt auch schöne Games Es hat mir wie gesagt Sehr viel Spaß gemacht Habt eine schöne Woche Lasst euch nicht unterkriegen Montag ist eigentlich auch Ein schöner Tag Weil da beginnt die Arbeit Manche mögen es Manche nicht Ich verabschiede mich Freunde Macht's gut Und wir sehen uns Tschüss Und wir sehen uns Und wir sehen uns Und wir sehen uns Und wir sehen uns